hallo liebe zuschauer willkommen bei die welt klar sehen heute habe ich für sie eine gesprächsrunde mit drei gästen um das da geht es um das thema reform vorschläge für deutschland und wer ist dabei wir haben einmal vertreter von der partei wir 2020 dann haben wir jemand von economy for mankind und wir haben die vertreter von next scientists for future so und ja es wird ganz interessant werden zunächst einmal wird es über die vorstellung der beteiligten gehen wer sind sie was wollen sie und anschließend reden wir in einem ersten teil darüber was denken die betroffenen von der gemeinwohl ökonomie und was denken sie über das bedingungslose grundeinkommen in einem späteren zweiten teil werden wir dann über weitere dinge noch reden also viel spaß beim zuschauen klar sehen clever denken freihandeln hallo liebe zuschauer willkommen bei die welt klar sehen heute habe ich mal einen ganz interessanten gesprächskreis für sie und wir wollen mal darüber reden was es für tolle ideen gibt vielleicht dass unser bundesrepublikanisches deutschland mal zu reformieren denn der bedarf hat sich für einige leute doch herausgestellt dass gesagt wird ja wir möchten nicht alles was es so weitergeht es müsste vielleicht anders werden wie es anders werden könnte dafür habe ich einige kompetente gesprächspartner dabei die möchte ich einmal ganz kurz vorstellen von links nach rechts auf unserem bildschirm haben wir einmal den herrn jörg gastmann von economy for mankind.org der wird sich nachher selbst noch mal kurz weiter vorstellen dr konulius wilker vom landes orga team der wir 2020.de dann ebenfalls den herrn daniel kollic der auch zur selben orga gruppe gehört und den repräsentanten und vertreter der next scientists for future don dylan ja dann darf ich bitte mal herrn gastmann bitten mal kurz ein zwei worte zu sagen ja man kennt mich eher unter economy for mankind viele haben mich auch gesehen in den videos von wir 2020-partei.de auf youtube habe ich jetzt fünf videos produziert eigentlich schon mehr als das aber die sind noch in der sagen wir mal finalen freigabe phase ich bin auch im orga team nrw von wir 2020-partei.de und ja mein großes thema ist ökonomie und demokratie. ich bin vater zweier kinder das treibt mich natürlich auch als motivation an ein kind im kindergartenalter und ein großer sohn der studiert gerade. herr dr. wölker ja also ich bin von hintergrund her bin ich physiker ich bin aktiv im orga team hamburg von wir 2020.de und wir wollen uns eben informieren über ideen für das parteiprogramm ansonsten von hintergrund her habe ich einiges im forschungssektor und im energiesektor als hintergrund und sehr bin sehr daran interessiert auch was bildung angeht wie wir da die zukunft gestalten können. danke. Herr Kalletsch. ja mein name ist Daniel Kalletsch mein background ist in soziologischer ich habe soziologie politik und künstler medienwissenschaft studiert war zu beginn meiner zeit dann auch kürzpolitisch aktiv habe ich jetzt viele jahre zurückgezogen und wir sind ja leben in sehr bewegenden zeiten und das hat mich veranlasst wieder zurückzukehren und aktiv zu werden Inhalte zu gestalten zu strukturieren und ich bin auch im orga team hamburg und ja möchte da gute dinge dazu beitragen. vielen dank. herr dylan. ja ich bin also musiker mediator gesundheits- und präventionsberater ehemaliger heilpraktiker für psychotherapie und psychoanalyse und ehrenamtlicher assistent vom weltrat das sind 23 professoren doktoren und so weiter eine ehemalige bundesgesundheitsministerin dabei und auch von next scientists for future das ist ein arbeitskreis. äh vom weltrat der sich viel mehr traut als der weltrat der sich sehr bedeckt hält und zu vielem nicht äußert aber die next scientists for future sind bei sowohl beim klima als auch bei corona vorgeprescht sozusagen und haben sich gewagt. na wunderbar dankeschön dann haben wir uns ja sozusagen schon mal ein bisschen bekannt gemacht und wir wollen vielleicht als erstes mal ein ganz ja ich sag mal interessantes thema besprechen nämlich was es mit der gemeinwohl ökonomie auf sich hat. äh damit wir weil hier so viele fachleute sind nicht unendlich reden haben wir gesagt okay wir wollen mal unsere zeit beschränken als redner und deswegen gibt es dann für die einzelnen beiträge immer ein zeitfenster von ungefähr drei minuten. so und das wollen wir dann vielleicht gleich mal hier an dieser stelle beginnen. äh herr dillen wenn die uhr läuft dann können sie loslegen. ja die gemeinwohl ökonomie ist quasi dass die junge schwester vom weltrat diese forschen seit 52 jahren an einer gemeinwohlorientierten wirtschaftsordnung christian f helber seit 20 30 jahren etwa. und ähm die gemeinwohl ökonomie hat als kernstück die gemeinwohl bilanz die am ende von staatlichen oder staatlich geprüften wirtschaftsprüfern für gemeinwohl bilanzen sozusagen äh abgeschätzt werden soll. äh mit zwischen 3600 minus punkten die möglich sind für jedes unternehmen egal ob einzelunternehmen oder großunternehmen bis hin zu 1000 plus punkten ist möglich. äh und äh da ist immer schon am ersten punkt die 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 wirtschaftsprüfer werden immer subjektive einschätzungen tätigen müssen weil sie keine harten daten haben anhand derer sie das einschätzen können. da könnte es zu juristischen querelen ohne ende kommen weil jeder punktunterschied kann über denn der staat und die kommunen und länder sollen in zukunft die unternehmen mit einem gehören punktwert bevorzugen. und das hat das problem dass sozusagen dass da streitigkeiten geben kann außerdem misst die bilanz solche dinge auch wie zum beispiel es gibt plus punkte für demokratie im unternehmen. das könnte aber dann sein dass die mitarbeiter dem unternehmer in seine praxis hinein reden und das unternehmen beschädigen. außerdem können die mitarbeiter mit demokratisch abstimmen über ihre eigenen gehälter wenn sie wenn es viele plus punkte geben soll und das kann dann wirtschaftlich für das unternehmen ein problem bedeuten. auf der anderen seite bedeutet es auch dass man den zulieferern auch in der dritten welt sehr viel geld bezahlen muss hohe gelder zahlen muss das kann die marktposition des unternehmens. auf dem weltmarkt sehr stark verschlechtern weil quasi in der gemeinwohl bilanz auch dinge gemessen werden wo es quasi darum geht auch die unternehmen zu motivieren. die probleme der dritten welt nicht über ein anrufen des weltrates und eine entsprechende betreuung und beratung zu lösen sondern dadurch dass gelder von deutschland in die dritte welt fließen. und das ist die frage ob das nicht zu einem volkswirtschaftlichen gesamt ruin deutschlands führen könnte insgesamt. so dass dann also sozusagen auch unternehmen vor der einführung der gemeinwohl ökonomie aus deutschland eventuell abwandern. weil sie den verlust ahnen der auf sie zukommen wird durch eine solch nicht noch nicht ausgewogene form des gemeinwohl systemes. ja ich bleibe erst lass es mal dabei stehen weil meine uhr stoppt ja jetzt. na wollen wir mal gucken. ja Herr gastmann. Herr gastmann sehen sie das genauso dramatisch mit den wirtschaftlichen nachteilen der gemeinwöl. ökonomie oder was ist ihre meinung. ja die uhr läuft noch nicht. starten so. ich bin ein bisschen überrascht dass. Herr dillen. im wundern das. selbst ein bisschen demontiert hat. ich habe es also eher euphorischer positive erwartet. ja es würde eine implosion geben. der kompletten volkswirtschaft jedes landes die das einführt. es sei denn die ganze welt würde das machen. aber daran hakt es auch die ganze welt wird nicht mitmachen. ich habe mal eine webseite dazu geschrieben. ich werde das nur mal kurz zusammenfassen. also wer gemeinwohl ökonomie kritik googelt. der findet ungefähr auf platz vier. die domain economy for mankind.org und dann slash alternative wirtschaftssysteme gemeinwohl ökonomie. und da ist das alles zusammengefasst. ich steige nochmal kurz ein. das kann jeder noch im detail nachlesen. also die idee ist ja. dass die gemeinwohl ökonomie. unternehmen. entweder besteuert. also bestraft. oder subventioniert. also wird sanktioniert. positiv oder negativ. auf basis dieser gemeinwohl bilanzen. und diese bilanzen die bestehen. fast ausschließlich aus nicht messbaren. nicht vergleichbaren. und leicht manipulierbaren selbsteinschätzungen. das ist wie ein abgas test bei volkswagen. sie geben also da einen grenzwert vor. und jetzt zertifiziere dich mal selbst. und die externen prüfer. die sollen dann 50 euro dafür kriegen. dass sie zum beispiel den ganzen konzern prüfen. was kann man mit 50 euro. mit der ungerechten arbeitszeit prüfen. gar nichts. dann ist es davon abhängig. dass die gesamte welt mitmacht. und was muss man da machen. jedes unternehmen auf der ganzen welt. also wir sprechen von zig millionen unternehmen. das muss sämtliche betriebliche daten. alle verträge. alle kalkulationen. alle preise. alle einkaufspreise. alle lieferanten. alle gehälter. alle geschäftsgeheimnisse. alles offenlegen. und die gewinne werden begrenzt. so unterendet es im grunde genommen. also damit können sie keinen unternehmer auf der welt motivieren mitzumachen. dann haben wir das korruptionsproblem. wenn sie also in irgendeinem land selbst deutschland. in deutschland gibt es viel korruption. wenn sie da also jemanden schmieren. dann sind sie mit einem wettbewerbsvorteil gesegnet. der den ganzen wettbewerb so verzerrt. dass die einen. die ehrlichen sind dann die dummen. und wer sich wirklich in alles hält. der geht pleite. es gibt zwei vorzeige unternehmen. in anführungszeichen. das ist die sparda bank in münchen. und das ist der rucksack hersteller faude. rucksack und auto produkte. und die machen selber nur zu 50 prozent mit als marketing gag. die legen auch nichts von dem offen was wirklich wichtig ist. ja und dann. wer legt eigentlich fest was denn da gemessen wird. da gibt es also konvente und ausschüsse. nach dem vorbild der kommunistischen räterepublik. für millionen von produkten. und für milliarden von vorprodukten. und lieferantenbeziehungen. und die wollen dann also festlegen was in welchem maße ethisch und sozial wertvoll ist. und was in welchem maße steuerlich belohnt und bestraft wird. also die umsetzung nochmal. die kann nur global erfolgen. wenn das ein land macht. dann ist es tot. und wie kriege ich china dazu. die usa dazu. die ganze welt dazu. das sehe ich nicht. also wie gesagt. ich verweise mal auf google. gemeinwohl ökonomie kritik. einfach mal googeln. und sich die seite angucken. damit ist das thema eigentlich. von meiner seite erschöpfend. abgehandelt. ja das war doch schon mal ganz interessant. was sie mitgeteilt haben. für mich ergibt sich daraus der eindruck. dass die gemeinwohl ökonomie vielleicht doch stark sozialistische oder kommunistische züge hat. Herr dr. wölker. wie denken sie darüber. nachdem was sie jetzt gehört haben. ja meine gedanken sind da relativ ähnlich gestaltet. also das problem ist. ein zentrales problem ist. dass man sowas weltweit einführen müsste. um damit erfolg zu haben. und das ist natürlich ein. ein brett was glaube ich sehr sehr dick ist. um das zu. mit irgendeiner hoffnung durchbohren zu können. auch wenn sich die ansätze vielleicht ganz schön anhören. und ich denke es wäre besser. also was für mich ganz ganz wichtig ist. ist das eben allgemeine. kriterien. maße. messgrößen definiert werden können. und meine erste reaktion wäre jetzt. dass ich diese allgemeingültigen messgrößen als dort nicht so richtig darstellbar empfinde. als erste reaktion darauf. Herr Kallitsch. wenn sie. wenn sie jetzt. sich gedanken machen würden. ob so eine. ja denkweise. in einem parteiprogramm. für ihre partei kommen. könnte. was meinen sie. ist das vorstellbar. ich glaube dass. das ist grundsätzlich. eigentlich das hauptproblem. auf der ganzen welt ist. wie können wir sozusagen. den globalismus. begrenzen. dem leitplanken geben. und. ihm regeln setzen. dass er eben nicht tut was er will. dass er nicht. von einem land zum anderen springt. sozusagen sich vorteile zu verschaffen. da ist es aus meiner sicht so. dass das nur schrittweise. über. die bevölkerung. über veränderung. in der gesellschaft. kommen kann. und dass es sehr sehr schwierig sein wird. ad hoc. sozusagen koordiniert. global umzusetzen. daran glaube ich. okay. dankeschön. herr dillen. sie wollten was sagen. mikrofon. ich habe mich noch mal kurz. zu wort gemeldet. weil ich noch eine kleinigkeit. ergänzen möchte. aber es lohnt glaube ich nicht. noch mal eine ganze runde. zu machen dazu. ergänzen wir mal. ganz kurze ergänzung. nämlich dass das problem ist. zum beispiel. wenn eine bio bäckerei. tausend punkte bei. herrn felber bekommt. aber ein. giftiges getreide da. dabei ist. und der die leute. chronisch krank werden. über die jahre hinweg. durch dieses giftige. bio getreide brot. ja. das kann die gemeinwohlökonomie. nicht aufdecken. während das die. next scientists for future. aufdecken können. und dann die. psychologische veränderung. sozusagen menschen. konsumsüchtig. gegenüber bestimmten betrieben. zum beispiel. kann sie auch nicht. aufdecken. weil sie keine. keine wohlfühlmessung hat. und keine gesundheitsdaten messung hat. und dadurch alles was wichtig ist. nicht erfassen kann. für eine bessere gesellschaft. ja. gibt es im moment. zu dem thema. weitere. einwände. oder noch ergänzt. ja eins noch. ja bitte. ich finde die idee. ja sehr charmant. ja also die. die absicht. ist sehr lobenswert. und. ich habe zum beispiel. auch mal. ein interview gesehen. von. es ist nur nicht. zu ende gedacht. das ist das problem. an der sache. gut. also. jedenfalls. finden wir. jetzt keine großen. fans. der gemeinwohlökonomie. ja. dann würde ich sagen. lassen wir uns doch mal. zum nächsten. interessanten. thema übergehen. was ja immer wieder. auch in der presse. jetzt schon diskutiert wird. ansatzweise. nämlich das. bedingungslose. Grundeinkommen. und. da würde ich sagen. haben wir sicherlich. auch. zwischen. und. wahrscheinlich. ein bisschen. Ansätze. vielleicht fängt ja. diesmal. der. mal. etwas. was zu sagen. ja. ich hatte mal. podcast. den sieht man auch. auf youtube. das müsste glaube ich. chaos podcast. oder was heißen. das war von den. neuland rebellen. da war der jens berger dabei. von. nachdenkseiten. die. da war. ein. nachnamlich. aus dem. kathia kipping. die linke hat. es ist eine frage. das modells. also. Grundeinkommen. da kommen wir gar nicht drumherum. in anbetracht der digitalisierung. und der. arbeitsmarkt. Die Frage ist wirklich, welches Modell. Ich habe auch mit Götz Werner versucht, Kontakt aufzunehmen. Er hat es immer verweigert. Ich habe ihn mal angesprochen bei der BGE-Demo 2010 am Brandenburger Tor und er ist dazu keinen Dialog bereit. Das Problem ist wirklich, wie finanziert man das Ganze und wie hoch ist das eigentlich? Zum BGE gehört die Definition einer Teilhabe, einer fairen Teilhabe an der Gesellschaft. Das ist mit einem Grundeinkommen von 1000 oder 1500 Euro, von dem auch noch Krankenversicherung, Mietungswerte abgehen, wo dann also ein kleiner dreistelliger Betrag übrig bleibt, nicht möglich. Das Problem bei den konsumfinanzierten BGE-Modellen ist, dass die Konsumsteuer enorm hoch sein müsste. Dann explodieren die Preise. Dann gibt es den Missbrauch als Kombilohn. Ich sage also zum Beispiel, Götz Werner sagt ganz klar, das BGE wird vom Gehalt abgezogen. Wer also zum Beispiel 1,5 verdient, dem zähle ich jetzt diese 1000 Euro BGE ab, dann kostet der mich noch 500 Euro. Dafür haben Sie also ein Grundeinkommen praktisch von null, einen etwas sicheren Arbeitsplatz, aber doppelte Preise. So und bei uns ist das so, bei Economy for Mankind, da wird das von der Wirtschaft finanziert, als Steuersparmodell. Da gibt es nur noch eins, was man von der Steuer absetzen kann und das sind Arbeitsplätze. Es gibt also eine Steuer, die nennt sich Unterbeschäftigungssteuer. Ich habe das mal in dem Video Nummer 5 bei wir2020partei.de mal erläutert, in einer halben Stunde. Das in drei Minuten, das ist schwer möglich. Grundidee ist also, ich besteuere die Beschäftigungsintensität, wenn sie zu gering ist. Wenn sie ausreicht, dann nicht. Da gibt es eine Kennzahl, die heißt Mitarbeiter pro Umsatzmillion. Und wenn ich mindestens sieben Mitarbeiter pro Umsatzmillion habe, zahle ich diese Steuer nicht. Wenn ich weniger habe, dann wird es wirklich brutal. Dann zahle ich mehrere hundert Prozent Umsatzstand, bin raus aus dem Markt. Ich werde also gezwungen, etwas mehr Leute einzustellen, als ich brauche. Und das heißt also Vollzeit, Teilzeit, Azubis werden mitgezählt und das Vierte sind Grundeinkommensempfänger. Die kann ich nur absetzen, wenn die mindestens 2000 Euro monatlich erhalten. Das sind reine Steuersparmodelle. Die müssen also keine Stunde arbeiten. Und die werden dann natürlich über den Konsum das ganze Geld wieder zurückfließen lassen. Das ist das einzige Modell, bei dem es keine nennenswerten Preissteigerungen gibt. Wir werden also einen Schweiz-Effekt haben, überhaupt durch das gesamte Modell. Das ganze System, wir werden also erheblich höhere Einkünfte haben und wir werden etwas höhere Preise haben. Also im Endeffekt landen wir da in der Schweiz mit einem, man könnte es auch sagen, einem bedingungslosen Hartz IV. Keinerlei Sanktionen, keinerlei Überprüfungen und es wird komplett von der Wirtschaft finanziert. Ja, das hört sich ja sehr interessant an. Natürlich auch ein bisschen befremdlich für normale Bürger. Dass man sagt, Mensch, alles geht ja über die Unternehmen, sodass die jetzt gewisse Freizwänge quasi haben, steuerliche Notwendigkeiten, um Mitarbeiter einzustellen. Das kennen wir ja eher andersrum. Denn bisher läuft es ja so, dass man am meisten Geld verdient, wenn man viel rationalisiert und viel Personal freisetzt. Ja, aber wollen wir mal schauen, was der Herr Dillen dazu zu sagen hat. Ja, ich kann mich da jetzt dann ja schon auf die Kritik, die grundsätzliche Kritik, und zwar gilt die für alle bedingungslosen Grundeinkommen generell. Für uns kommt, ist es so, dass wir ja die Sozialsparten untersuchen und ihre Vorteilbringenden Irrtümer. Wissenschaftlich können Sie mal googeln unter solchen Worten wie parasitäre Meme. Oder umgangssprachlich Killer, Viren des Geistes, Viren des Geistes und Killer, Viren des Geistes. Also solche vorteilbringenden Irrtümer sind Wege, wie die Sozialsparten sich zum Beispiel ein Heer an Arbeitslosen. Wir wollen ja null Obdachlose, also wir wollen ja echte soziale Politik. Null Obdachlose, null Arbeitslose und so weiter. Aber die Sozialsparten leben ja davon, dass sie die Arbeitslosigkeit verwalten. Und da entstand solch ein vorteilbringender Irrtum, der da hieß, sozusagen es reicht, wenn ich mich im Sessel zurücklehne und den Arbeitslosen so helfe. Die schaffen das schon irgendwie. Das führt zur Inaktivität. Und der zweite ist, wir geben ihnen ein großzügiges Hartz IV, weil sie sonst ja verhungern. Wir haben in allen Tests festgestellt, dass das nicht stimmt. Man kann sich gesund mit 30 bis 50 Euro im Monat ernähren. Ich habe das schon tausendmal ausprobiert. Das funktioniert wunderbar. Das heißt, also da haben wir zwei Aspekte. Den Aspekt der Verwöhnung und den Aspekt des Nicht-Helfens. Und das beides führt zur Erhaltung von Massen von Arbeitslosen. Und diese Idee ist dann, dieses großen Hartz IV, ist dann übergeschwappt in ein großes bedingungsloses Grundeinkommen. Und das hätte eine fatale Folge auf die Volkswirtschaft. Denn die Sonderschulabbrecherin, die also beruflich kein Bein auf dem Boden kriegt, würde dann halt sagen, okay, dann habe ich halt Spaß mit vielen Kindern, kriege am Ende 40.000 Euro höchstens als bedingungsloses Grundeinkommen. Einfach nur fürs Kinderkriegen. Und da wir heute wissen, dass die Intelligenz, dass unsere Urgroßeltern 500 Milliliter Gehirnvolumen hatten und wir heute im Durchschnitt 1350 Milliliter, würde das bedeuten, dass auch die Sonderschulabbrecherin eventuell ein durchschnittlich kleineres Gehirn aufweist. Und dadurch vermehren sich die kleineren Gehirne in der Gesellschaft extrem. Und volkswirtschaftlich bedeutet das das Aus für Deutschland. Weil die durchschnittliche Intelligenz der Bevölkerung drastisch abnimmt und damit sozusagen die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit drastisch zerstört wird. Und das ist für uns das Killer-Argument, warum wir gesagt haben, höchstens reden wir über ein mini-bedingungsloses Grundeinkommen, weil das uns vieles einspart an Bürokratie. Aber dieses große bedingungslose Grundeinkommen mit vielen Kindern bedeutet das Aus der deutschen Volkswirtschaft. Ja, das ist ja eine ganz andere Position zum Grundeinkommen. Herr Kallitsch, wenn Sie sich jetzt die Frage stellen würden, könnte Grundeinkommen ein Thema sein, was für Ihre Partei interessant ist? Also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen. Ich halte das grundsätzlich für eine hervorragende Idee. Also mir geht es so beim Zuhören ein bisschen so, ich habe immer den Eindruck, dass wir falsch ansetzen. Ich glaube, dass die Lösung dafür eigentlich ein Top-Down-Ansatz ist. Ich glaube, dass nicht die Bäckerei oder der Mittelständler das Problem ist, sich in so ein System einzufügen, sondern tatsächlich Konzerne. Und ich glaube, die Lösung oder der Weg dorthin geht ganz klar über Regulierung von Konzernen, über Bekämpfung von Lobbyismus. Das sind, glaube ich, Themen, wo man sich dann in diese Richtung begeben wird. Und ich glaube auch, dass man irgendwann mal einfach mit etwas beginnen muss. Ich meine, wir alle sehen ja in der Gesellschaft, nehmen wir ja wahr, dass es mittlerweile eine Elite gibt, die sich an der Steuerlast wenig bis gar nicht beteiligt. Und viele Menschen spüren eine Machtlosigkeit demgegenüber. Sie sehen es, sie realisieren es. Es gibt aber keine Lösung dafür. Und ich glaube, hier muss eine Lösung gefunden werden. Und vielleicht liegt die Lösung darin, dass man einfach mal beginnt, es zu tun, ohne auf die anderen zu warten. Vielleicht ziehen andere nach. Ist jetzt einfach mal eine Hypothese. Ja, Herr Dr. Wölker, sehen Sie das auch so, dass man das einfach mal probieren sollte? Oder sehen Sie da vielleicht wirtschaftliche oder gar evolutionäre Nachteile, so wie Herr Dillen das formuliert hat? Oder sagen Sie, nee, das ist eine absolute Notwendigkeit, das muss man machen, so wie Herr Gastmann es interpretiert? Also meine momentane persönliche Tendenz wäre, dass man schon in einer gewissen Art das machen sollte. Die Frage ist dann halt nur, in welcher Höhe man das macht. Weil ich meine, letzten Endes, ob ich einen Personenkreis habe, der dann Hartz IV oder Arbeitslosenhilfe kriegt, die kriegen auch Geld. Das heißt, de facto haben wir ja so eine Art von grundlegendem Einkommen, was jeder in irgendeiner Form hat. Entweder er hat ein Arbeitseinkommen oder er hat Arbeitslosengeld. Und was ich an der Idee, die Herr Gastmann formuliert hat, sehr charmant finde, ist, wenn wir es schaffen, durch ein Grundeinkommen es zu erreichen, dass Menschen in Tätigkeit bleiben und nicht arbeitslos sind und dass in irgendeiner Form ein Anreiz besteht, dass Firmen eben doch nicht higher and higher machen, sondern dass sie eher jemanden dann noch in ihrer Firma überhalten. Hoffentlich dann doch mit einer gewissen Grundtätigkeit, die dann der Person auch ein ein bisschen sinnstiftende Identität gibt, dann finde ich das viel besser, als wenn Leute arbeitslos sind und dann quasi als Almosen in irgendeiner Formzahlung vom Staat erhalten. Das fände ich insgesamt eine gute Idee. Und die Frage ist halt, und da bin ich selber noch nicht entschieden, in welcher Höhe man dieses Grundeinkommen gestalten wollte. Gut, Herr Dillen wollte noch was dazu beitragen. Ja, wir haben ja zwei bei uns gegenstreitende Professoren. Der eine ist für ein großes bedingungsloses Grundeinkommen und der andere sagt, ja hoppla, es kann uns passieren, weil die Menschen dann, wir auch mit einem mini-bedingungslosen Grundeinkommen, das wir im Gespräch haben, würden die Bürger völlig angstfrei werden. Und er spricht ganz bewusst von einer gesunden Angst, die der Mensch als gesunde Lebensangst braucht, um genügend aktiv zu sein, um nicht im Sofa zu versacken sozusagen. Und das ist die Diskussion, die da kontrovers ist. Denn Götz Werner sagt ja, der Mensch wird dann ungeheuer kreativ, innovativ und beteiligt sich in der Gesellschaft. Und unser Professor Panse würde sagen, ja, bei diesem völlig angstfreien Leben, wirklich gesichert zu sein von bis zum Tode, immer gesichert zu sein, würde es am Ende doch in zu viel Inaktivität überlaufen. Und das wäre dann volkswirtschaftlich wieder ruinös. Herr Gastmann, sehen Sie diese Gefahr auch so, dass der Bürger faul wird, wenn er ein bedingungsloses Grundeinkommen ab einer gewissen Größenordnung erhält? Teilweise. Also es ist natürlich so, dass es immer Menschen gibt, gab und immer geben wird. Oder sagen wir mal, seit wir vielleicht das, sagen wir mal seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Also das heißt also, arbeite oder stirb. Und ich finde das eine riesen Errungenschaft, dass die Technologie uns von dieser Angst befreien kann und das teilweise auch getan hat. Also ich bin entschieden gegen eine Angst. Ich bin eine angstfreie Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der niemand erpressbar ist. Entweder du arbeitest jetzt, also praktisch wirklich Zwangsarbeit oder du musst sterben. Nicht ganz entschieden dagegen. Next Scientist for Future hat hier offensichtlich ein Informationsdefizit. Wir haben einen Gesetzentwurf von 18 Punkten. Und da steht zum Beispiel drin, das gibt es ab 18. Also ich kann nicht sagen, ich kriege jetzt zehn Kinder und dann kriege ich 20.000 Euro Grundeinkommen. Kinder kriegen kein Grundeinkommen. Aus genau dem Grund, dass nämlich sonst also die Bevölkerungszahl explodieren würde. Und um das Thema jetzt nicht zu wechseln, aber mal kurz abzubiegen, auf eine Parallelstraße. Die Welt ist völlig überbevölkert. Die Welt hat zu viel Homo sapiens. Und wir müssen runter. Wir müssen also, wenn ich jetzt mal an den Global Footprint denke oder an den ökologischen Fußabdruck, wir müssen runter auf einen globalen oder einen ökologischen Fußabdruck von eins. Das ist mit 80 Millionen oder 83 Millionen Bundesbürgern nicht möglich. Wir müssen also runter. Die ganze Welt muss runter auf ein bis zwei Milliarden und Deutschland muss runter auf ungefähr 20 bis 30 Millionen Einwohner. Dann können wir nachhaltig hier wirklich leben. Und das Grundeinkommen, das ist wirklich eine Befreiung. Man muss aber auch bedenken, wenn jetzt ein Drittel aller Menschen sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Was ändert sich dann? Gar nichts. Man muss sich mal angucken, wie viele Menschen arbeiten denn heute wirklich. Und wir haben in unserem System einen komplett gedrehten Arbeitsmarkt. Also wir haben einen Markt, in dem die Arbeitgeber ihre Gehaltslisten füllen müssen. Und dafür gibt es diese vier Beschäftigungsmodelle. Und dann sagt der Arbeitnehmer, zu dir gehe ich nicht, wenn ich nicht arbeiten kann. Ich will einen Vollzeitarbeitsplatz, sonst kannst du mich nicht beschäftigen. Oder ich will einen Teilzeitarbeitsplatz oder ich will eine Ausbildung machen. Oder ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt einfach mal mit 50 nochmal zur Uni gehen, nochmal studieren. Dann habe ich diese Freiheit. Also wir haben die ökonomische Möglichkeit dazu. Und wenn jetzt Leute sagen, ich werde jetzt nur noch Gamer und ziehe mich zurück und mit mir den Rest meiner Zeit an der Playstation, bitteschön. Aber es reicht, wenn ausreichend viele Menschen arbeiten. Es müssen nicht alle arbeiten. Okay, Herr Dillen, Sie haben da offensichtlich ganz erhebliche Einwände. Habe ich den Eindruck? Ja, nur mal, also aus meiner Sicht sollten wir es vielleicht so abschließen, dass wir sagen, also zum Beispiel, wir würden auch sagen, ein Experiment in einer Region mal wirklich lebenslang bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, habe ich nichts dagegen. Weil wir werden dann ja sehen, was passiert, wenn die Leute wissen, dass sie bis zum Ende des Lebens wirklich absolut sicher sind. Und dann noch aber noch der Hinweis, mit 2000 Euro im Monat könnte ich sieben Kinder ernähren. Ja, also, denn ich weiß ja, dass ich mit 30 Euro im Monat einen Erwachsenen gesund ernähren kann. Und damit kann ich eine ganze Armee an Kindern ernähren. Und wenn das auch dann nicht mehr Geld bringt, bringt es doch mehr Spaß im Leben. Und dann kann es sein, dass die berühmte Sonderschulabbrecherin sich darauf konzentriert, eben doch viel Spaß mit einem ganzen Haus voller Kinder zu haben. Besonders, weil ja auch das Recht auf Wohnen dann absolut frei ist bei uns auch, in unserem Konzept wiederum völlig frei wäre. Gut, ich denke, wir haben jetzt zu Beginn doch mal zwei ganz interessante Themen beleuchtet. Ich hätte noch eine Frage an beide Teilnehmer. Mich würde interessieren, ob in Ihrem System, ob es konkrete Anreizsysteme gibt, für die Menschen außerhalb dieses Grundeinkommens selber aktiv zu werden. Das Problem lässt sich lösen, vor allen Dingen im Bildungssystem. Das Bildungssystem erzeugt im Wesentlichen gehorsame Drohnen und Arbeitsdrohnen sozusagen. Wir brauchen ein Bildungssystem, in dem die Menschen lernen, was mit sich selber anzufangen. Überhaupt mal kennenzulernen, was macht das Leben aus. Sich mit Philosophie zu beschäftigen, sich zu fragen, was will ich eigentlich im Leben. Und dann kommen die Ziele von ganz allein und dann muss ich mich fragen, was habe ich für ein Ziel und was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen. Also ich glaube, jeder Mensch hat so, jeder gesunde Mensch hat eine intrinsische Veranlagung, wirklich was aus sich zu machen. Und es ist so, dass das einem in der Schule abtrainiert wird. Da geht es mir um Anpassung und Gehorsam. Und wenn im Bildungssystem die Menschen wirklich lernen, was mit sich anzufangen, dann kommen die Ziele von ganz alleine. Dann gibt es natürlich noch ein finanzielles Motiv. Also mit 2000 Euro komme ich gut über die Runden, aber so richtig große Sachen kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, wie man mit 30 Euro im Monat oder 50 Euro im Monat überleben kann. Also das sehe ich wenig attraktiv. Also Diogenes in der Tonne kann nicht das Ziel sein. Oder jemand wie, wie heißt der noch, der Professor aus Oldenburg nach Vielfalt gegangen ist, der mal Verzicht predigt. Pech, Nico Pech. Das ist überhaupt nicht mehrheitsfähig, das sehe ich nicht. Und wenn jemand Kinder hat, ich habe zwei und ich kenne so viele Kinder auch von anderen Eltern, die sind nicht so anspruchslos. Die sagen nicht, mir reicht 1,50 Euro am Tag. Die werden Wünsche haben und die kosten Geld. Also mit Geld, sagen wir mal so, mit Arbeit kann ich erheblich mehr Geld haben und viel mehr machen. Ich kann viel mehr reisen. Ich kann mir eine schönere Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen. Ich kann mir ein Haus mit einem großen Garten holen und, und, und. Und ich kann mir viele schöne Dinge kaufen, die das Lebenswetter machen. Natürlich gilt es immer noch, Beatles can't buy me love. Aber Geld macht das Leben wirklich schöner. Und es müssen nicht alle reich werden. Aber wir stehen ja für Wohlstand für alle. Und Armut für alle, das sehe ich überhaupt nicht als das strebenswerte Ziel. Aber wie gesagt, der wesentliche, also ich fasse es mal zusammen, zwei Punkte. Das eine ist zusätzliches Geld als Motivation. Das zweite ist Motivation intrinsisch fördern im Bildungssystem. Ja, Herr Dillen. Unser Anreiz würde daraus bestehen, dass wir sagen, wir nehmen die beiden Backen der Zange ja weg. Wir helfen ja, also wir bringen das Arbeitsamt durch positive Anreize dazu, die Leute morgens abzuholen von zu Hause und von Betrieb zu Betrieb zu gehen und den irgendwo unterzubringen, die Leute, egal wie. Das ist also ein Anreiz von außen sozusagen der soziale Schubs, der Arbeitsamtmitarbeiter als der Freund, der einen unterbringt, unbürokratisch in irgendeiner Form der Arbeit. Und wenn es nur eine Ehrenamtliche ist, sodass also null Arbeitslosigkeit von daher unser Ziel ist. Und dann empfehlen wir nach und nach Hartz IV und das bedingungslose Grundeinkommen so niedrig zu machen, dass dann auch der Anreiz gegeben ist, wirklich überall zu arbeiten, dass wirklich jeder arbeitet am Ende. Aber jedem ist sein Mindesteinkommen garantiert, nämlich, dass er eben dieses Minimum, was man braucht, um völlig angstfrei zu leben. Und natürlich würden wir auch unter Risch rüchten, wie das geht. Wir kochen das den Leuten dann im Fernsehen auch vor, wie lecker das schmeckt mit ein Euro pro Tag. Das machen wir natürlich vor. Deswegen machen wir ja diese Experimente ständig. Das ist auch vorbereitet. Also deswegen haben wir dann diesen doppelten Anreiz, nämlich einfach niedriges, kleines, bedingungsloses Grundeinkommen, kleines Hartz IV und eben mehr Geld dann durch den Job. Und die zweite Geschichte, der Arbeitsamtmitarbeiter holt einen als Freund ab. Und der verdient nämlich am meisten, wenn ich nie mehr arbeitslos werde. Okay. Ich glaube, damit ist die Frage von Herrn Kalitsch beantwortet. Und mein Vorschlag ist, nachdem wir uns nun mal so ein bisschen warm gemacht haben über allgemeine Themen, dass wir mal in einem zweiten Teil dazu übergehen, ein bisschen die beiden Parteivorschläge oder Parteiprogramme oder politischen Reformprogramme mal ein bisschen anzugehen. Also mein Vorschlag ist, dass wir jetzt mal darüber reden, wie die Economy for Mankind und wie die Next Scientist for Futures und vielleicht auch wie die VIA 2020 sich eigentlich vorstellen, wie eine gesellschaftliche Reform aussehen könnte. Doch bevor wir dahin gehen, würde es doch eigentlich mal für die Zuschauer interessant sein, herauszufinden, wo sie drei sich denn überhaupt positionieren wollen. Ja, also letztendlich stehen sie in irgendeinem Verhältnis, dass sie eine Vorstellung haben, was ist, wie viel Maß soll an staatlicher Führung sein, wie viel soll an Bürgerbeteiligung sein, wie viel soll ja an freier Wirtschaftskraft sein und wie viel soll reguliert sein oder soll vielleicht alles reguliert sein. Also da würde ich mal anfangen und bitten, die Herren Fachleute loszulegen, vielleicht Herr Dillen als Erster, machen wir wieder mit der Zeituhr, dass wir mal die erste Frage beantworten, Verhältnis von staatlicher Führung und Mitbestimmung des Bürgers und als zweites das Verhältnis in der Spanne zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Ja, ich fange schon mal an mit der Stellung, wo wir uns einordnen, weil wir haben festgestellt, wenn wir uns nicht selber einordnen, werden wir zwangsweise eingeordnet. Also haben wir gesagt, okay, wir gehören eigentlich, die Mehrheit der Professoren gehört zur bodenständigen, realistischen, vernünftigen, naturwissenschaftlichen, evolutionsbiologischen, echten Linken. Und damit steht sie für extreme Demokratisierung, wir haben schon gesprochen über Wohlfühlstimme oder Vorwahlensysteme, die also den Lobbyismus beenden sollen, ein für alle Mal extreme Demokratisierung als Ziel haben und sozusagen und eben Staat so viel. Ja, wir sprechen ganz bewusst provokativ von gesunden Teilaspekten von planwirtschaftlichen Elementen, wie Wohlfühlstimme oder andere Steuerungselemente oder Herr Dr. Bülker, Sie haben recht, wenn man sagt, besser Messgrößen, Steuerungselemente beziehungsweise Messgrößen, da ist irgendwie etwas an, das Telefon, können Sie auf stumm schalten, Daniel? Ja. Das sind Störgeräusche. Ja, so und da ist sozusagen, wir lehnen vollends ab alles, was an DDR oder Sowjetunion oder Venezuela erinnert. Ja, das halten wir für Katastrophen der Menschheit. Aber trotzdem wollen wir eine sehr menschliche, sehr soziale Politik und unterscheiden zwischen Pseudo-sozialen Gesellschaftsmodellen, die eben zu Massenarbeitslosigkeiten wie bei uns von drei Millionen Arbeitslosen führen. Wir wollen sozusagen Nullobdachlosigkeit, denn unsere Pseudo-soziale Politik und Pseudo-linke Politik hat diese ganze Gesellschaft zerstört sozusagen und wir wollen echte soziale und echte linke Politik machen, allerdings bodenständig, ganz realistisch, mit Stärkung der Wirtschaft, mit Wirtschaftswunder. Wir wollen ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich erzielen, in dem wir eben nicht die Fehler der Gemeinwohlökonomie machen oder des bedingungslosen Grundeinkommens und so weiter und eben nicht die Volkswirtschaft angreifen, sondern die Volkswirtschaft drastisch stärken. Zum Beispiel wollen wir es für Frauen extrem leicht machen, gerade für die Karrierefrauen extrem leicht machen, paradiesisch leicht machen, Karriere und Kinder zu verbinden, sodass wir wieder im Bereich der Hochqualifizierten wieder ein bisschen Nachwuchs wenigstens bekommen, auch wenn wir insgesamt die Bevölkerung schrumpfen sollten. Aber dazu haben wir natürlich, zu allem haben wir fertige Konzepte und zur Diskussion fertige Konzepte. Ja, vielen Dank. Herr Gastmann, wie sieht es bei Ihnen und der Economy for Mankind aus? So, ich war noch stumm geschaltet. Sorry. Ja, ich meine, es ist auch sinnvoll, man muss über die drei Kielkriterien von Ideen und Programmpunkten sprechen. Das heißt, es muss das adressiertes Problem lösen, es muss umsetzbar sein, und es muss mehrheitsfähig sein. Da würde ich ganz gerne mal eher aus der Perspektive von wir 2020 sprechen, also ein Parteiprogramm. Wir haben ein Grundsatzprogramm. Da habe ich mal in Raute 1, also Nummer 1, das Ganze mal abgeleitet aus den Beschlüssen, die bei der Gründung erstellt wurden. Und das ist ganz klar so viel Staat wie nötig, aber auch so wenig wie möglich. Und der ist an vielen Stellen nötig. Der ist nötig, um im Bildungssystem zum Beispiel das Ganze nicht Privatschulen zu überlassen, um da mal Freiheit mal zu ermöglichen. Der ist nötig im Bereich der Versorger, Energieversorgung, Telekommunikation, Wasser, ganze Energieversorgung ist wie gesagt. Also der Kommunismus kann nicht funktionieren. Das hat er bei jedem Versuch bewiesen. Stichwort Venezuela und so weiter oder Kuba oder DDR. Immer ist alles zusammengebrochen in Mangelwirtschaft, weil die Motivation der Menschen nicht da war. Der Kapitalismus wiederum, der hat eine Riesenmotivation und er schafft es, die Menschen mit Gütern zu versorgen, mit Wohlstand zu versorgen, aber das extrem ungleich zu verteilen, extrem ungerecht. Und letztendlich kollabiert das ganze System, das fährt vor die Wand, das frisst den Planeten auf, das kann es auch nicht sein. Und wir wollen einen Mittelweg finden. Wir wollen also die Energie des Kapitalismus nutzen zum Wohl aller Menschen. Wir wollen die Wirtschaft den Menschen unterordnen. Wir machen also eine Art dressierten Kapitalismus, eine wirkliche soziale Marktwirtschaft. Das ist das, was sich aus dem Grundsatzprogramm, was ja auch so drinsteht, bei WIR 2020 ergibt. Und die Korn-Wir-Vermänkern passt halt dazu. Alles, was ich hier vorschlage, das sind im Wesentlichen Diskussionsgrundlagen. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Wir werden einen Parteitag haben. Da wird womöglich auch darüber abgestimmt werden. Wir werden weitere Parteitage haben. Das wird Work in Progress. Da wird also immer wieder was dran gefeilt, geändert, kann auch sein, dass mal was ganz umgeworfen wird. Dann kommt jemand mit einer ganz neuen Idee. Aber wir haben ein sehr positives Menschenbild. Und Zwangsarbeiten wird es mit uns nicht geben. Wenn jemand arbeiten will, wird er einen super Job finden. Wenn er nicht arbeiten will, dann braucht er das nicht. Wir haben ein System, in dem jeder zumindest eine sehr, sehr anständige Grundversorgung haben wird, egal was er macht. Aber Jakob Augstein sagte einmal sehr schön in einer Kolumne im Spiegel, als er die noch geschrieben hat, die Welt ist ein idealer, so wie sie heute ist, ist ein idealer Platz für Arschlöcher. Die können sich hier wahnsinnig gut entfalten. Und damit muss Schluss sein. Wir wollen also die Macht der Konzerne begrenzen. Wir haben ja noch viele, viele Dinge, die haben wir noch gar nicht vorgestellt. Und die stehen, wenn man mal genau hinguckt, im Gesetz zum Beispiel, eine progressive Umsatzprovision. Das heißt also, je mehr Umsatz, je mehr Marktanteil Sie haben, desto mehr müssen Sie zahlen. Also es wird nach Marktanteil besteuert. Das heißt, es wird für die Konzerne immer schwieriger zu wachsen. Wir können die Konzerne in die Knie zwingen. Zeit ist um. Ja, Herr Dr. Wölker, Sie sind ja nun im Landesverband Hamburg von der WIR 2020. Und wie Herr Gastmann ja sagte, stehen ja demnächst noch Entscheidungen an. Was ist denn Ihre persönliche Meinung oder für Sie aus persönlich wünschenswert, in welche Richtung sollte es denn gehen? Also teilweise muss ich dazu sagen, dass ich mich persönlich da noch in der Orientierungsphase finde. Ich habe mein Leben bisher mit oder relativ wenig mich mit Politik verbunden oder engagiert. Und jetzt sehe ich das so, dass wir die Gesellschaft zu etwas Positivem verändern wollen und dass ich mich deswegen innerlich dazu genötigt fühle, da auch was zu machen zu wollen. Mir geht es auch hier um eine soziale Orientierung. Für mich sind ein paar Themen sehr wichtig. Das eine ist, dass die Menschen mehr in die Eigenverantwortung kommen. Das heißt, dass man nicht irgendwie immer sagen kann, also die Umstände sind so und so und deswegen geht es mir schlecht, aber dass man schon auch eine gewisse Eigenmotivation empfindet. Und da bin ich ganz bei der Äußerung von Herrn Gastmann vorhin, dass wir, glaube ich, ein starkes Bildungssystem brauchen, was das befördert, dass die Menschen ihre Berufung irgendwo möglichst auch finden können. Weil ich bin tief davon durchdrungen, dass ich meine, dass jeder von uns eine Berufung hat. Er muss sie nur finden und das Bildungssystem hat die Aufgabe, dazu zu unterstützen, sie zu finden. Und ich glaube, wenn diese Berufung da ist, dann ist auch eine Motivation, was in diese Richtung zu tun. Bei der großen Mehrheit der Menschen und ein paar Trittbrettfahrer wird man immer haben, die kann man nie komplett vermeiden. Und ich bin auch so der Meinung, ja, so viel staatlich eingreifen wie unbedingt nötig, aber auch nicht mehr, weil, also wir sehen ja, dass manche Sachen einfach nicht in die richtige Richtung laufen. Und da muss man eben Anreize dementsprechend machen, dass es in die positive Richtung gehen kann. Und dass man die Sache dazu befördert. Also ich finde auch, die Macht der Konzerne ist im Moment einfach zu groß. Und wir sehen ja in der augenblicklichen Rahmenentwicklung, die massiv das in das Leben aller Menschen eingreift. Und das ist etwas, was in meinen Augen nicht akzeptabel ist. Und da müssten wir anfangen zu regulieren oder zu begrenzen. Und ja, ein Ansatz könnte zum Beispiel sein, je größer jemand ist, desto stärker greift die Regulierung. Weil das dann genau verhindert, dass die Macht so viel anwächst, dass die eben unkontrolliert wird. Dankeschön. Herr Kalitsch, Sie sind ja nun in der Partei Wir 2020 befasst mit der Ausarbeitung des Parteiprogramms. Das heißt, Sie müssen ja auch ein gutes Gespür dafür haben, welche Grundsätze denn überhaupt mehrheitsfähig sind in Ihrer Partei. Denn es nützt ja nichts, wenn Sie jetzt irgendetwas sich ausdenken und alle anderen sagen, nee, das sehen wir aber ganz anders. Was glauben Sie, so vom Empfinden her, Sie können natürlich die Zukunft nicht vorhersehen, was glauben Sie, wo geht der Trend emotional hin bei den Mitgliedern? Also grundsätzlich würde ich einfach mal sagen, müssen wir zurückkehren zum gesunden Menschenverstand. Über die vielen Jahre, die jetzt laufen, hat, glaube ich, jeder zahllose Beispiele erlebt, wo absurde Dinge verabschiedet werden, durchgesetzt werden. Und es mag jetzt einfach und populistisch klingen, aber am Ende des Tages ist es so. Ich glaube, dass wir Grundinteressen wie Strom, Wasser, Gesundheit, Natur nicht der Privatwirtschaft überlassen können. Das sehen wir beispielsweise in Hamburg beim Verkauf von Attenfall, wo das Wassernetz verkauft wurde für einen Schnäppchenpreis und dann wieder teuer zurückgekauft wurde. Das sehen wir bei der Krankenversicherung, wo wir eine PKV haben und Krankenversicherungsvertriebe, die Unsummen an Provisionen kassiert haben. Daran erkennt man, dass es wirklich anderen Interessen gibt. Das sehen wir in der Natur, in der Gesundheit sowieso. Da ist es vielleicht am eklatantesten, wenn wir ein Horst Seehofer-Reten hören aus dem Jahr 2010, wo er ganz klar im Prinzip in der Presse sagt, dass er als Gesundheitsminister eigentlich nichts entscheidet und dass die Pharma-Lobby macht. Ich glaube, davon müssen wir ganz dringend wegkommen. Und das bedeutet eben neben der Regulierung der Konzerne, eine Bekämpfung des Lobbyismus und, was ich auch noch glaube, was sehr, sehr wichtig sein wird, weil es ist ja eine Art Konzert, eine Dezentralisierung der Medien. Wir erleben es jetzt ja auch in der Corona-Krise, dass eigentlich nur eine Mehrheitsmeinung zulässig ist und von anders denkenden Videos gelöscht werden, andere Meinungen nicht zugelassen werden. Und ich glaube, da müssen wir auch ein anderes System finden und mehr Vielfalt zulassen. Das sind jetzt so Punkte, die ich sehen würde, wo wir ganz dringend tätig werden müssen. Jawohl, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, lassen Sie uns doch mal nicht nur theoretisch reden, sondern was wollen Sie denn eigentlich mit Ihren Organisationen in den nächsten zwölf Monaten erreichen? Also wir haben ja in nicht allzu ferner Zeit die Bundestagswahl und der eine oder andere wird ja wahrscheinlich kandidieren möchten. Und es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, entweder man schafft es, gewählt zu werden oder man schafft es nicht. Daher meine Frage und mal angenommen, Sie würden es schaffen, was haben Sie dann für konkrete Ziele? Ja, in der Legislaturperiode, um was ist, wenn Sie es nicht schaffen, in den Bundestag zu kommen? Was hat Ihre Organisation dann für Ziele? Ja, vielleicht fängt mal der Herr Dillen an. Mein Vorschlag ist, dass wir diese Runde sehr kurz halten sollten, weil wir haben nur ein Ziel, jemanden zum Kanzler zu machen und dann als externe Reformer immerhin zugezogen zu werden und Hilfestellung in den Ministerien mit unserer ehemaligen Gesundheitsministerin zum Beispiel, die Gesundheitsreform so durchzuführen, dass wir nie wieder Corona kriegen, nie wieder Schweinegrippe-Phänomene. Das ist nämlich ein Systemfehler aus unserer Sicht. Und ansonsten, wer nicht auf die externen Reformer hört, endet wie Michael Ballweg, der immerhin sehr prominent ist, mit 2,6 % in Stuttgart, also mit einer gnadenlosen Niederlage. Das heißt, wir bringen 56 % der Wählerstimmen mit. Eine simulierte Bundestagswahl hat das ergeben, dass wenn unsere Professoren vor Wählern reden, dann rennen sie dort offene Türen ein. Und diese 56 % wollen wir gerne auf Herrn Dr. Wölker, auf wir 2020 oder auf die Basis übertragen. Denn wir dürfen uns nicht festlegen, wir entscheiden uns erst, wenn der Sieger gekürt ist. Also entweder eine Fusion aller Parteien, das halte ich für das Beste, aber das wird nicht kommen, erfahrungsgemäß, sondern dann irgendwie wird sich herauskristallisieren, wer gewinnt in dem Vorwahlkampf und wer gewinnt dann, das wird sich spätestens bei der ersten Landtagswahl zeigen, wer noch übrig bleibt. Gut, das heißt, dann würde ich sagen, kann doch gleich der Herr Gastmann mal seine Position kundtun. Ja, also ich meine, das macht das Gespräch interessanter, wenn nicht alle, so wie bei Anne Wille und Malbert Illner, einer Meinung sind. Ich sehe das ganz anders. Ja, also ich sehe da kein Potenzial von 50 %. Ich sehe eher 0,5 %, also für Zwangsarbeit, der Freund vom Arbeitsamt kommt und holt dann ab, damit man irgendwo zum Niedriglohn dann arbeiten muss. Ich glaube, das ist tot. Das ist überhaupt kein Thema, mit dem man irgendeine Wahl gewinnen kann. Also wo die 50 % herkommen, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich würde es gern verstehen. Ja, Michael Ballweg wurde von der Presse massivst bekämpft, muss man natürlich sagen. Das werden wir natürlich auch, wenn wir mal zu ernsthaften Gefahr werden, auf dem Wahlzettel stehen. Es ist natürlich zersplittert. Im Wesentlichen sind es die beiden Splitter oder die beiden Flügel von Widerstand 2020. Damals haben ja Dr. Bodo Schiffmann und Ralf Ludwig und wie hieß sie noch, die dritte junge Dame, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, suche ich, egal. Jedenfalls die beiden hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ralf Ludwig wollte also radikale Basisdemokratie à la Piratenpartei, Schwarmintelligence und Co. Und dann haben die also gesehen, selbst innerhalb der Partei, das funktioniert so überhaupt nicht. Und dann hat der Dr. Schiffmann ernervt hingeschmissen, hat gesagt, das führt zu nichts. Und aus diesem das führt zu nichts ist dann die Basis entstanden. Und ich sehe auch nicht, dass das irgendwo hinführt. Das wird ein Tau ziehen werden aus tausenden von Leuten, die alle in eine andere Richtung wollen, alle eine andere Vorstellung haben. Wir 2020 hat dann Bodo Schiffmann später gegründet mit einigen Mitstreitern, die der Ansicht sind, eine klassische Partei mit möglichst viel Mitsprache. Das ist die Kompromisslösung. Also nicht so diktatorisch wie zum Beispiel der SPD oder die CDU. Da haben wir also ein Vorstand, ein Präsidium und die anderen nicken nur ab. Über die Landeslisten sind die erpressbar. Wenn du nicht abnickst, was wir wollen, kommst du nicht mehr auf die Landesliste. Das ist bei uns nicht so. Aber wir haben da einen realistischen Mittelweg gefunden und uns darauf geeinigt, dass wir eine Mitmachpartei sind. Aber die hat auch Grenzen. Also eine Schwarmintelligenz. Ich sehe nicht, dass die Basis zu irgendetwas führt. Und Michael Ballweg fehlt einfach natürlich die Möglichkeit, auf einer Kommunalwahlebene groß was zu reißen. Diese 5700 Stimmen, die er hatte, fand ich auch erschreckend. Wenig, da habe ich mit viel mehr gerechnet. Ich rechne also damit, dass wir 2020 mit Ach und Krach vielleicht die 5%-Töne schafft. Und dann werden wir ein Stachel sein im Fleisch des Establishments. Da müssen wir nach oben uns arbeiten. Das ist wie Konfuzius. Der Mann, der die vielen kleinen Steine weggetragen hat, ist der gleiche, der den Berg abtrug. Ich sehe das nicht so euphorisch, dass wir sagen, wir ziehen das hier mit 20, 30% ein. Wir werden mal ganz kleine Brötchen backen. Vielleicht werden wir auch nur 2% kriegen. Das heißt aber dann, wir machen weiter. Und wenn wir es dann schaffen sollten, zusammenzubleiben, dann werden wir bei der übernächsten Bundestagswahl wieder vor der Tür stehen. Und was wir brauchen ist Öffentlichkeit. Und dann spricht man über uns. Vielen Dank, Herr Gastmann. Herr Dr. Wölker, Sie sind ja nun ebenfalls als neue Partei, stellen sich ja auch die Terminfragen. Also die nächste Bundestagswahl ist ja quasi am Horizont schon zu sehen. und im Frühjahr geht es ja schon mit den ersten Landtagswahlen los. Wird denn die Partei WIR 2020 so schnell schon startbereit sein können? Also ich denke, da ist sehr viel Aktivität da, auch in den verschiedenen Ländern. Und man schaut sich natürlich auch an, insbesondere, wo sind die ersten Landtagswahlen? Das heißt, wo muss man dann vielleicht auch ein bisschen Schwerpunkte setzen? Ich bin da der besten Hoffnung, dass die Orientierungsphase, in der wir uns jetzt eine Weile aufgehalten haben, bald ein Ende findet und dass wir dann auch sehr intensiv in die Arbeit vorangehen können. Und ich meine, ob dann im nächsten Herbst tatsächlich die Bundestagswahl ist oder ob es da Verschiebungen gibt, das steht ja auch noch so ein bisschen im Raum. Aber ich denke, wir werden und sollten auf jeden Fall antreten können. Wie viel dann dabei rauskommt, das kann ich tatsächlich ehrlich noch nicht absehen. Mehrheiten wären schön, aber sind dann vielleicht doch fraglich. Mit über 5% vielleicht auch irgendwo ein Stachel im Fleisch zu sein oder auch, wenn man irgendwo bei 10% landet, auch ein potenzieller Koalitionspartner zu sein, das wäre vielleicht auch was Schönes, aber prinzipiell sehe ich die politische Arbeit als eher Marathon-Ansatz, als einen Sprint, mit dem man sofort im Ziel sein wird, weil man muss ja, man möchte ja die Gesellschaft gewinnen, dafür sich zu verändern und das hat einfach ganz viel an Überzeugungsarbeit notwendig und bringt es mit sich und ich glaube, das ist eher was, was mittelfristig sein wird, auch wenn ich mir das kurzfristig sehr wünsche. Ja, Dankeschön. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal eine grobe Zielrichtung, wo Sie als Parteien hinwollen und die Berater, Herr Dillen, Sie haben noch einen Nachtrag, bitte. Ja, ich denke, jetzt haben wir sehr viel, also wir sollten jetzt durchaus noch mal stärker zu den inhaltlichen Reformen kommen, denn diese 56% beruhten darauf, dass wir mit den Wählern, dass die Professoren mit den Wählern natürlich über eine Geschichte nach der anderen praktisch gesprochen haben und daraus resultiert die Begeisterung. Wir haben ja eine extra Homepage gemacht in einem Forum quasi, wo tausende von begeisterten Wählerkommentaren auch zu den letzten Auftritten beim Corona-Ausschuss und so weiter waren, die gesagt haben, genau das brauchen wir und diese Begeisterung, wenn man die einmal gelesen hat, versteht man, warum 56%, warum 44% total dagegen waren, aber 56% total dafür waren. Es war eine totale Spaltung. Ich durfte nämlich mal die Studie lesen im Original, da fallen Sie vom Stuhl bei den negativen Kommentaren, aber auch bei den positiven Kommentaren und wir sollten jetzt wirklich auch wirklich ganz konkret darum gehen, was ist der Grundplan, Deutschland zu reformieren und was unterscheidet jetzt Ökonomie von Mankind und Next Scientist for Future zentral, weil wir leider heute nicht mehr externe Experten da haben, nicht mehr externe Reformer, wie ich sie nenne, weil es geht ums Reformieren, nicht ums Festschreiben von festen, fixen Reformen. Klarsehen, clever denken, drei handeln. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zum zweiten Teil von Reformkonzepte für Deutschland, kontrovers diskutiert. Unsere drei Gäste oder von den drei Organisationen, nämlich die Partei WIR 2020, Economy for Mankind und Next Scientist for Future werden weiter diskutieren. Diesmal geht es um drei Themen. Zum einen fangen wir an mit was sind die Grundkonzepte der drei Organisationen, wo wollen sie hin bis zur nächsten Bundestagswahl und auch danach. So, dann zweitens was ist mit dem System der Politik, das heißt, lässt sich das reformieren, wie kann man es bewerkstelligen, dass Politiker auch das tun, wofür sie gewählt sind. Ja, und drittens und damit natürlich im Verbund zu Thema 2 ist, was kann man tun und im Lobbyismus Einhalt zu gebieten. Ja, auch das wird bestimmt ganz informativ und ich kann sagen, auch ganz kontrovers. Insofern bleiben Sie am Ball. Es wird bestimmt ganz interessant. Viel Spaß beim Zuschauen. Klarsehen, clever denken, frei handeln. Ja, das ist auch so, wie meine Vorgehensweise eigentlich geplant ist, dass wir jetzt mal in einer dritten Etappe mal das Grundkonzept, wie sich, ja, eben die Economy for mankind und wie die Next Scientists for Future sich eine grundlegende Reform vorstellen und da wird dann so eine Reform soll ja quasi dann auch eben politisch wirksam sein. Insofern treten wir doch dann in den Bundestag auch einfach mal ein. So, und da sind wir nun wieder und dann wollen wir mal schauen, wer möchte denn jetzt mal als erstes vielleicht was sagen? Herr Dillen, dann muss ich mal die Uhr hier wieder anschalten. Dann legen Sie mal los. Unser Grundansatz der bodenständigen Linken, naturwissenschaftlichen Linken ist, gutes Tun nicht wie bisher in den letzten 400.000 Jahren immer nur zu erhoffen, sondern ganz gezielt zu belohnen, weil unser gesamtes naturwissenschaftliches Endergebnis ist, als Nachfolger von Charles Darwin, ist der Weltrat, muss man verstehen, als den Nachfolger von Charles Darwin, und dieser Weltrat hat nur ein Ergebnis, dass wenn man nicht gezielt genug mit positiven Anreizen gezielt belohnt, dann wird tatsächlich immer das Schlechte getan. Das erleben wir jetzt bei der Schweinegrippe, bei Corona, da wird es den Leuten jetzt manchen erstmals richtig bewusst, aber uns ist es schon seit Jahrzehnten klar, dass es so ist. Wir brauchen also ein Wirtschaftssystem, wo durch positive Anreize, aber auch die Behörden und Bürokratien, die Sozialsparten, die alle Sparten, die von der Verwaltung des Elends Karriere machen und verdienen, sozusagen, und sich daran bereichern, sozusagen, brauchen neue Anreize, damit, denn die Masse der Menschen will, dass die Menschen wieder in Arbeit kommen. viele sehen das auch als ein Problem an, dass wir es zulassen, dass wir drei Millionen Dauerarbeitslose tolerieren in der Gesellschaft. Die drei Millionen davon werden einige uns dann nicht wählen, aber die anderen wählen uns dann alle, wenn wir alle in Arbeit bringen, sozusagen. Und der Kernsatz ist folgender, wenn du zwei Schritte auf einmal nimmst und den falschen Schritt vor dem anderen setzt und nicht die evolutionären Reihenfolgen befolgst, dann fällst du aufs Maul. Und das heißt, wir wollen natürlich, dass irgendwann die Schere zwischen Arm und Reich zusammengeht, aber wer das als erstes will, treibt die Wirtschaft aus dem Lande. Also ich sehe, ich habe mich ja jetzt intensiv mit den Sendungen von Herrn Gastmann beschäftigt und habe ja schon lange mit ihm getraubt und Sendungen gemacht, aber ich fasse es mal so zusammen, damit wir endlich mal Butter bei die Fische bringen. Sein Konzept läuft auf eine sehr kräftige Umverteilung raus, denn die 2.000 Euro bedeuten eine Verdopplung des Hartz IVs vorher. Die Pflegekraft kriegt mindestens, wenn ich die Zahlen richtig interpretiert habe, mindestens eine Verdopplung vorher und dieses Geld muss irgendwo herkommen und dieses Geld wird genommen von den Reichen und Erfolgreichen und den Arbeitsplatzschaffern und den Unternehmen und die werden fluchtartig vor Einführung dieser Reformen das Land verlassen und Deutschland wird ruiniert zurückbleiben. Ja, Herr Gastmann, bevor Sie da eine Replik drauf machen, warum Ihr System nicht funktioniert, stellen Sie es doch bitte einfach erst mal vor. Ja, also zunächst mal das System. Es ist nicht ein System, es sind ja mehrere Systeme. Also eins ist zum Beispiel der Bereich Demokratie. Ja, das ist etwas, was ich immer sehr gerne anbringe. Man kennt es aus der griechischen Antike, das nennt sich dann Losen statt wählen. Neulich hat ja der Herr Romberg, das ist ja der strittige irgendwie ehemals, ich weiß nicht was, Vorstand, ein Interview gegeben bei Jens Lerich und da wurde er gefragt, wo sind Sie die Partei in fünf Jahren? Da hätte ich was anderes geantwortet. In fünf Jahren wird es diese Partei nicht mehr geben, weil wir dann unser Ziel erreicht haben. Das wäre mein Wunsch. In fünf Jahren wird es keine Parteien mehr geben. Wir wollen alle Parteien komplett zerstören und das machen wir, indem wir eine bessere Alternative anbieten und das nennt sich Bürgerparlamente. Das heißt, es werden von den einsetzlich 5 Millionen Wahlberechtigten mit allen Angeboten, du machst jetzt einen Test, mit dem du also einen Mindestqualifikationstest und dieser Test ist der Einbürgerungstest. Den sollte ja eigentlich jeder Deutsche bestehen können oder jeder Bundesbürger, jeder Einwohner. Und wer das kann, der darf dann mitmachen, bei einem großen Lostopf und dann werden immer bei jeder einzelnen Abstimmung von dem, was heute im Bundestag abgestimmt wird, dann werden die Bürger das selber abstimmen. Das sind dann immer jeweils tausend. Bei der nächsten Wahl wieder tausend andere oder wieder tausend andere oder wieder tausend andere. Die müssen also mit dem leben, was sie selber beschließen. Und dann sieht schon mal die Demokratie ganz anders aus. Dann haben wir wirklich die Bürger ermächtigt, ihr seid selbst der Souverän. Dann haben wir ein wirklich repräsentatives Parlament. Das ökonomische System, das ist das Beste, was es gibt für Unternehmer. Es ist das exakte Gegenteil richtig, was Herr Dillen hier behauptet. Also wir haben einen Binnenmarkt von 7,5 Billionen, 7,5 Tausend Milliarden Euro. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir gehen, dann kann er an diesem Markt nicht mehr teilnehmen. Da gibt es also diese beiden Steuern. Das ist einmal die Umsatzprovision, das ist so eine Art Mehrwertsteuer ohne Vorsteuerabzug. Die finanziert die öffentlichen Haushalte. Das ist die einzige Steuer, die der Staat erhebt, wo wirklich Geld reinkommt. Und dann gibt es die andere Steuer, die hat nämlich dann keinerlei Einkünfte. Das ist die Unterbeschäftigungssteuer, wo die zu geringe Beschäftigungsintensität besteuert wird. Wir stellen also eine Bedingung, du kannst bei uns wahnsinnig gute Geschäfte machen, irre Umsätze, das ist alles steuerfrei. Aber du musst eine Bedingung erfüllen. Du musst ausreichend viele Mitarbeiter im Verhältnis zum Inlandsumsatz haben. Und wer das nicht hat, ist raus. Der hat einen so hohen Steuersatz, dass er hier nichts mehr verkaufen kann. Der kann nicht sagen, ich importiere das einfach, das geht nicht mehr. Dann haben wir die Einfuhrumsatzsteuer. Also da würde ich Händln bitten, bitte nochmal den Gesetzentwurf, die FAQs zu lesen, denn hier ist ein riesen Informationsdefizit. Das ist so nicht der Fall. Wir können also die Wirtschaft der Menschen unterwerfen, unterpassiert nämlich genau das Gegenteil. Wir lösen eine Kettenreaktion aus. Wenn also wer in anderen Ländern sehen, was hier dann abgeht, wird, wir also die Menschen davon profitieren, dann werden wir es auch haben wollen. Dann zieht das einen Siegeszug um die Welt an. Das ist meine Vision. Das heißt, die ganze technologische Entwicklung, die wir haben, die kommt den Menschen zugute. Die Produktivitätszuwächse, die kommen bei den Menschen an durch höhere Einkommen und durch sinkende Arbeitszeiten. Herr Dr. Wölker, Sie als Partei oder Vertreter der Partei WIR 2020, Sie werden sich ja wahrscheinlich nicht nur von einer Beratergruppe beraten lassen. Wir haben natürlich einmal die Vorstellung, was die Economy for Mankind sich denkt, dann natürlich auch, was die Next Scientist for Futures macht. Und Sie werden sich auch noch woanders informieren. Nach welchen Kriterien werden Sie denn voraussichtlich ja Ihre Normen zusammenstellen? Gut, ich meine, ich kann da nicht für die Partei gesamt sprechen, sondern ich kann da im Moment nur für mich selber sprechen, weil der Findungsprozess in der Partei ist ja noch im Werden. Insofern denke ich, kann keiner von uns Parteimitgliedern momentan die Aussage treffen, die Partei will das so machen. Es ist, also ich meine, ich habe gerade beim Zuhören bei Herrn Gassmann zum Beispiel diese Unterbeschäftigungssteuer ist ja in meinen Augen so was wie eine, ein Anreiz zum Positiven hin. Also man will dafür sorgen, dass sich das Verhalten zum Positiven verändert. Also insofern sehe ich da durchaus auch Überschneidungspunkte mit den Informationen, die wir in den letzten Gesprächen auch von den Next Scientist for Futures bekommen haben. Und eben, also das richtige Gleichgewicht muss halt gefunden werden, dass wir nicht die Konzerne aus dem Land vertreiben einerseits. Andererseits muss man natürlich schauen, wie kann man sie trotzdem gewissen Anforderungen unterliegen lassen, die sozial orientiert sind. weil ich meine letzten Endes ist es so, dass viele Unternehmen ja auch mit einer guten Absicht mal gegründet wurden, um beispielsweise mit einer technischen Ziel oder so irgendwas. Und am Ende, wenn ich das jetzt mal platt ausdrücken darf, wird es dann vom rein ökonomisch orientierten Menschen, wird die Führung irgendwann übernommen und dann zählen nur noch Gewinne und dann zählen nur noch, also die Mitarbeiter nur noch Kosten. Und da ist halt der Punkt, wie kann man das zurückbringen in die Gedankenwelt, dass in der Form weiter gedacht wird. Und ja, ich kann jetzt nicht, wie gesagt, sagen, welche anderen Themen über die Partei wir uns da noch anschauen. Das finde ich im Moment genau den spannenden Prozess, dass sich viele Leute damit beschäftigen, sich zu überlegen, wie können wir es denn anders machen. Und ich freue mich schon sehr auf die innerparteiliche Auseinandersetzung, wie dann diskutiert und gestritten wird und was dann am Ende das Hauptthema sein wird. Also es gibt an vielen Stellen Sachen, die ich sehr interessant finde, beispielsweise nochmal bei den Next Scientists for Future. Ich finde schon auch diese Vorteilbringenden Irrtümer, dass man sich bei allen Themen, die nicht gut laufen, die Menschen anschauen. Warum ist das so? Weil ich schon auch die Annahme mache, dass Menschen sich in ihrem Umfeld so verhalten, wie sie selber glauben, dass es richtig ist. Also ich meine, man mag jetzt unterstellen, dass an manchen Stellen Leute ganz viele schlimme Absichten haben. Aber ich glaube, die Zahl derer, die so sind, ist tatsächlich sehr, sehr gering. Und die meisten Menschen verhalten sich einfach nur so, wie sie es glauben und auch mit ihrer Überzeugung in Vereinbarung bringen, dass es was Gutes ist, was sie machen. Weil die meisten Menschen wollen doch was Gutes tun irgendwie in dem, was sie tun und wollen sich dann auch in den Spiegel gucken können am Ende des Tages. Und insofern, ja, also genau auf diese Auseinandersetzung und Diskussion innerhalb der Partei freue ich mich. Und ich habe diese Gespräche eben ja auch mit den Next Scientist for Future angefangen, weil ich aus möglichst vielen Stellen und ich habe dabei entdeckt, es gibt sehr viele interessante Ideen, sehr viele interessante Reformideen. Und es ist jetzt ganz wichtig, finde ich, als Partei, dass wir diese Ideen zusammenholen und dass wir sie uns dann anschauen und dann sagen am Ende, ja, das, und es muss ja auch nicht sein, dass man dann nur einer Idee oder einer Ausrichtung folgt, sondern ich denke, das ist dann auch ein bisschen wie ein Buffet, wo man dann sich die Punkte rausnimmt, die man tatsächlich von der Partei her, wo man dahinter stehen möchte. Und das wird ein Mischmasch aus verschiedenen Punkten sein. Ja, das ist sicherlich zu erwarten. Die Frage ist eben, was denkt denn eigentlich so die Parteimitgliedschaft? Herr Kallitsch, was glauben Sie jetzt von Ihrem persönlichen Empfinden her oder Erfahrung, was die drei wichtigsten Reformen sind, die die Mitglieder Ihrer Partei sich wünschen? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das an der Stelle jetzt auf drei Punkte reduzieren kann. Ich würde einfach es an der Stelle noch mal ein bisschen breiter halten. Also ich denke, ich finde den Ansatz von Herrn Dillen gut, echte linke Politik zu betreiben, wobei ich da hinzufügen würde, dass es linke Politik ist, die den Mittelschrank mit einschließt und nicht die klassische linke Politik, die sich insbesondere auf die Arbeiter konzentriert hat. Ich denke, eine Gesellschaft, die einfach nur auf Mehrwert und Gewinnmaximierung auslässt, ist über kürze oder lang zum Scheitern verurteilt. Und hier brauchen wir eben Anreizsysteme für Unternehmen, die belohnt werden, wenn sie gesellschaftlich wertvolle gesellschaftlich wertvolle Dinge tun, wie zum Beispiel Renten für ihre Mitarbeiter hinterlegen, wie sie in den 70er, 80ern in den guten Jahren waren, bei den guten, das hat alles über die Jahrzehnte sehr, sehr stark abgenommen. Wir alle haben, oder ich zumindest, mir ist immer der Historiker im Kopf, der beim World Economic Forum aufgetreten ist und dem sie fragten, was denn zu tun sei. Und er antwortete darauf, zahlt einfach Steuern. Texas, Texas, Texas. Und ich glaube, dass das ein Riesenpunkt ist und wir müssen dahin kommen, dass sich die Beliebten wieder an der Steuerlast fair beteiligen. Da sind wir weit davon entfernt. Und das ist, denke ich, eine große Aufgabe. Persönlich ist es so, ich bin immer kein Freund von radikalen Systemen, radikalen Änderungen, weil ich einfach glaube, dass es schwer umweltbar ist. Da habe ich persönlich eine Grundskepsis. Ich bin auch für themenbezogene Politik und keine farbebezogene Politik. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube auch, dass Marktexklusion ein probates Mittel ist. Wir kennen ja mittlerweile einige Unternehmen, wie beispielsweise Apple oder Starbucks, die über ein irisches Steuerkonstrukt quasi gar keine Steuern mehr hier bezahlen. Und da wäre ich auch ein Wettbewerber, solche Unternehmen dann viel härter zu besteuern. Und wenn sie hier am Markt Produkte verkaufen wollen, dann müssen sie ihren fairen Steueranteil bezahlen. Jawohl, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, lassen wir uns doch jetzt mal die beiden Systemprofis mal ein paar Worte verlieren. Was denn nach ihrer Meinung, wenn ihr zum Beispiel eine der Parteien in den Bundestag eintreten würde, man kann ja nicht alles gleichzeitig anfassen. So, was sind denn für Sie jeweils die wichtigsten Reformen? Wie viele würden Sie gleichzeitig versuchen anzuschieben? Und vor allen Dingen, mit welcher Priorität? Was sind die Nummer eins, zwei, drei, vier auf Ihrer Liste? Was denken Sie? Ja, ganz kurz gesagt, weil ich will wieder in die Inhalte kommen. Ganz kurz gesagt, ist es natürlich Gesundheitsreform, die Schweinegrippe und Corona unmöglich macht. Da haben wir ja die Systematik. Wir belohnen ja den Arzt nur noch für bewiesene Gesundheitsförderung durch die positiven Anreize. Wir belohnen ja jedes Unternehmen, auch jedes Impf, jede Impffirma, kriegt ja nur noch Verdienstzuschläge, wenn es der Gesamtbevölkerung besser geht. Also das heißt, die haften ja natürlich indirekt für Impfschäden und für alle Folgen eines solchen Lockdowns auch mit sozusagen, weil das fördert ja im Moment nicht das Wohlbefinden. Und das steht ganz am Anfang sicherlich. Aber die zweite ist sicherlich die Demokratisierung auch der Medien und so weiter. Da haben wir ja klare Konzepte. Aber ich gehe ganz bewusst jetzt auf das Bürgerparlament ein, das der Herr Gastmann gebracht hat. Denn wir wollen ja heute auch so ein bisschen mal so ein bisschen sehen, wo die Unterschiede zwischen den Systemen liegen. Und da ist der Punkt folgendermaßen. Wir sagen, Bürgerparlamente wären besser als das jetzige System. Aber erstens ist immer das Problem, die Koalitionspartner müssen zustimmen. Ja, und die, ob die wollen, dass sie abgeschafft werden, ist so eine Frage. Und dann der zweite Punkt ist, es gibt bessere Modelle. Die Vorwahlensysteme führen dazu, dass kompetente Staatsmanager jedes Jahr den Kanzler angreifen können, die Kanzlerin angreifen können. Das ist effizienter. Da kommen bessere Leute noch zum Zuge, kompetentere Lösungen bei raus. Und das Wohlfühlstimmensystem ist sowieso allem überlegen, wenn es auch ein bisschen mehr Daten erfordert, weil es eben dazu führt, dass die Menschen sozusagen, die ganze Politik gelenkt wird, weg von den Lobbyisten, weg von den Konzernen hin zu den Bürgern, denn die Wohlfühlstimmen verraten gnadenlos, wer sein Bundesland kaputt gerade regiert. Kaputt regiert. Dann ganz kurz, die hohen Umsätze, die Herr Gastmann vorhin erwähnt hat, für die Unternehmen, die kommen aus einer Illusion, der sogenannten Keyneschen Illusion. Je mehr wir konsumieren und je mehr wir Nachfrage haben und je mehr wir umsetzen, desto größer die Gewinne für die Firmen. Aber je mehr wir konsumieren, desto schlechter wird es uns gehen. Denn wir leben nach wie vor, wir sind ja bodenständige Linke, wir leben nach wie vor in einer Bedrohungssituation wie die Nord- und Südamerikanischen Indianer, wie der Irak mit Hussein und Gaddafi mit Libyen. Das heißt, wenn wir uns einmal schwach zeigen, indem unsere Wirtschaft nachlässt, dann werden wir irgendwann die Indianer sein, die man diesmal halt mal auslöscht. Früher haben wir die Indianer ausgelöscht und dann löscht man uns halt aus als nächstes. Und da ist es ganz gefährlich. Und zur Exklusion muss ich sagen, das Problem ist, dass man immer vergisst, dass die schon Steuern zahlen. Nämlich alle Mitarbeiter von Starbucks Coffee zahlen hier in Deutschland Steuern. Und die Frage ist, ob das dann am Ende so wenig ist, dass wir darauf verzichten wollen. Aber mehr nachher. Ja, danke schön. Herr Gastmann, ich glaube, da möchten Sie jetzt aber doch mal ein bisschen Kontra bieten. Boah, da könnte ich jetzt eine Stunde Kontra drauf geben. Aber ich erinnere mich auch mal an die Grundsätze von wir 2020. Wir gehen respektvoll miteinander um. Wir wertschätzen den anderen auch. Ich finde auch die, sagen wir mal, Ziele oder sagen wir mal, die Absichten auch ehrenwert. Ja, aber kommen wir mal jetzt ins wahre Leben zurück. Also Punkt eins ist sofort Rücknahme aller Corona-Maßnahmen. Deshalb wurde diese Partei überhaupt gegründet. Ja, ohne Freiheit ist alles nichts. Da brauchen wir über gar nichts mehr reden. Also was wir hier für einen Faschismus haben, das war ja Video Nummer, ich weiß nicht, zwei oder drei, das ich gemacht habe auf dem Wir 2020 YouTube-Kanal. Das soll sich noch mal jeder angucken. Wir haben ja einen puren Faschismus. Der ist, wir haben nicht das Dritte Reich, wir haben das Vierte Reich. Da gibt es Unterschiede, aber es gibt so viele Gemeinsamkeiten. Das muss als allererstes weg. Dann das Nächste, das ist der Arbeitsmarkt. Dieses System umzusetzen, ist eine Frage von drei Monaten. Thema Koalition noch mal. Ich weiß nicht, wie wir eine Koalition eingehen können, denn Koalitionen sind verfassungswidrig, denn sie basieren auf dem Fraktionszwang. Man braucht nur das Grundgesetz zu lesen. Ich weiß nicht, wo da unklar ist, warum freie, unabhängige Abgeordnete vereinbar sein sollen mit einem Fraktionszwang. Das geht überhaupt nicht. Wir würden also Artikel 146 der Verfassung ziehen. Also wir haben einen langen Weg vor uns, das muss man ganz mal sagen, aber ich definiere einfach mal die Vision. Wir würden also erst mal im ersten Schritt vielleicht es schaffen, in den Bundestag einzuziehen. Da werden wir erst mal gar nichts bewegen können. Da machen wir das Gleiche wie die FDP, die AfD und die Linke. Wir sind erst mal anwesend und wir zeigen uns, wir profilieren uns, aber entscheiden können wir gar nichts. Und dann wollen wir im Laufe der vier Jahre gute Arbeit machen, auffallen, wir wollen, dass man über uns spricht, über unsere Ideen. Und dann werden wir immer mehr Menschen überzeugen. Und dann ist es möglich, dass wir die absolute Mehrheit kriegen. Vielleicht in vier Jahren, vielleicht in acht Jahren. Mal gucken. So und dann ziehen wir diesen Artikel 146 und dann kommt eben die neue Verfassung. Und dann werden wir allen Berufspolitikern den Stuhl vor die Tür setzen. Dann fliegen die alle raus und dann werden wir uns auch selber auflösen. Weil wir nämlich alle Parteien dann entmachten. Die haben nämlich keine Posten mehr zu vergeben. Dann haben wir diese Bürgerparlamente, die kommen dann in die Verfassung rein. Und dann haben wir kompetente Leute, motivierte Leute, die selber mit dem leben müssen. Ich lehne eine Technokratie völlig ab. Als nächster Schritt kommt dann, oder das heißt auch direkt am Anfang, unser Steuersystem. Denn der Staat braucht Geld, da braucht jede Menge Geld. Und ich sehe das nicht so, dass es reicht, wenn jetzt die Arbeitnehmer ein paar Steuern zahlen, ein paar lausige Kröten, die man also den Geringverdienern aus der Tasche zieht. Was verdient man denn bei Starbucks oder Amazon? Auch wohl gar nichts. Das heißt, wir besteuern den Umsatz und nicht den Gewinn. Den Gewinn kann ich ja einfach mit Steueroasen gestalten. Nein, also wir besteuern den Umsatz und das noch progressiv. Je höher der Marktanteil, desto höher die Steuer. Wir schaffen mal faire Bedingungen für den Mittelstand. Und, und, und. Aber ich könnte jetzt noch Stunden reden, aber die Zeit ist um. Ja, drei Sekunden haben Sie noch. Ja, ich glaube, wir haben ja schon mal eine Grundidee und jetzt können wir ruhig mal ein, zwei Themen vielleicht mal ein bisschen detaillierter besprechen. Herr Dillen, Was ist Ihnen denn besonders wichtig? Ja, ich denke, wir sollten diese tolle Runde hier doch nicht jetzt vergeuden, immer noch, immer weiter, um den heißen Brei rumzureden, sondern wir haben jetzt ganz offen auf dem Tisch ganz die ganz heißen Themen, die jetzt da sind. Und ich würde fragen, wenn jetzt die Parteibeobachter, die Parteimitglieder, nichts etwas Besonderes, die sollen sich jeweils melden, wenn sie besondere Nachfragen haben oder Kritikpunkte haben. Ansonsten sollten wir jetzt wirklich mal diese zwei, wir haben ja leider heute nur zwei von vielleicht sechs verschiedenen externen Reformermodellen, aber wir haben jetzt mal die Chance, dass wir uns austauschen können mit den Parteimitgliedern zusammen und sollten das jetzt nutzen und wirklich jetzt weiter in der Praxis gehen. Das heißt nämlich zum Beispiel, würde ich jetzt gerne mal darüber sprechen, ja, woher kommt in Herrn Gastmanns Modell das Geld und warum eine Konfrontation mit der politischen Kaste zu dem Aus der Partei führen würde? Zum Beispiel würde ich das gerne auslösen. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Ja, das können wir doch gerne mal so angehen. Herr Gastmann. Ja, ich bin ja ein höflicher Mensch, also ich hätte schon gern, dass der Herr Dr. Wölker und dass der Herr Kalitsch auch mehr teilnehmen. Ja, aber das überlasse ich den beiden, inwieweit sie da einverstanden sind. Ich denke, wir können uns einklinken, wenn wir Fragen haben oder wenn wir gegen sie haben. Aber für mich ist es tatsächlich auch so, dass genau so ein bisschen in dem Gegenstreit der verschiedenen Positionen, in den verschiedenen Modellen, dass ich da für mich dann eben herausbilden kann, eine Meinung dazu, indem man das auch ein bisschen verfolgt. Ja, also ich würde gerne an der Stelle vielleicht noch mal das ein oder andere ergänzen, über was Sie gerade diskutiert haben. Also ich finde persönlich, vielleicht gehen wir nachher gleich noch mal drauf ein, Arbeitsplätze sind sozusagen, das Argument der Arbeitsplätze ist ein Totschlagargument, das jeder Politiker zu jeder Zeit anführt, warum dieser oder jener Konzern diesen Vorteil genießt. Also das finde ich ein Punkt, den muss man sich sehr, sehr kritisch ansehen. Und was ich jetzt auch noch im Kopf hatte, was ich aus meiner Sicht einfach sehe, ich halte es für schwierig, das so radikal umzusetzen. Aber was ich persönlich für absolut notwendig halte, ist, Politiker wesentlich besser zu bezahlen, als sie jetzt bezahlt werden. Vielleicht brauchen wir auch nur die Hälfte der Parlamentarier, die wir jetzt haben. Aber ich glaube, das Anreizsystem, in die Politik zu gehen, muss stark verbessert werden im Vergleich zur Wirtschaft. Und parallel dazu müssen wir das Thema Lobbyismus ganz hoch auf die Agenda setzen, weil es kann nicht sein, dass im Prinzip Minister bei der Pharma-Lobby tätig waren, eine Agentur dort hatten, daran beteiligt waren und später Gesundheitsminister sind. Das kann nicht sein. Das muss viel stärker reguliert, kontrolliert werden. Das Lobby-Register wird immer noch von Frau Merkel verhindert. Und das wären jetzt einfach nochmal so ein paar Ansätze von meiner Seite, wo man wirklich ganz hart ran muss. Gut, dann lassen Sie uns doch mal die beiden Experten jeweils ein Statement abgeben. Einmal zu dem Thema, wie stellen Sie sich vor, dass das politische System als solche, sprich die Machtausübung der Politiker, begrenzt oder kontrolliert wird? Herr Dillen, Sie haben schon das Mikro in der Hand, sehe ich. Ja, ja. Also, denn wir müssen, wir brauchen die Grünen und die CDU als Freunde. Wir kriegen diese 56 Prozent. Hat sich ja nur ergeben bei einem homogenen Konzept des Weltrates und der Next Scientists for Future. Und wir müssen heilfroh sein, wenn wir nach einigen Wahlenanlauf im Superwahljahr mit acht Wahlen im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl sozusagen dann vielleicht auf allerhöchstens 28 Prozent kommen. Dann könnten wir den Kanzlerstellen wahrscheinlich eher realistisch wären, dann 20 Prozent. Und diese 20 Prozent würden bedeuten, dass wir sogar der kleinere Koalitionspartner wären mit der CDU oder mit den Grünen zusammen die CDU überstimmen würden. Und wenn wir die zu Feinden machen, indem wir ihnen schon signalisieren, dass ihre ganze Lebensplanung und Karriereplanung zerstört wird durch diese neue Partei, dann wird es keine Koalition geben. Dann wird man uns ächten wie die AfD. Dann sind wir draußen. Also sage ich wir, ich bin ja kein Parteimitglied, aber wir als die, wir an einer Verbesserung der Gesellschaft arbeiten. Das halte ich für den völlig falschen Weg, für ruinös. Man könnte natürlich so machen, dass man langfristig das vorige Einkommen vor der Politik heranzieht und sagt, jeder kriegt so viel, wie er vorher verdient hat als Politiker, sodass dann auch mal fähige Manager aus der Wirtschaft auch mal in die Politik gehen würden. Aber das ist alles nicht das Problem. Das Entscheidende ist, dass wir die Politiker freundlich behandeln müssen, als Freunde, denen wir helfen, die wir regelrecht ausbezahlen. Die haben ja Gewinnerwartungen, die haben Karriereerwartungen an ihr Leben. Wir müssen sie regelrecht ausbezahlen und danach dann deren Positionen nicht wieder neu besetzen und die Parlamente drastisch runterschrumpfen auf eine ganz kleine Größe sozusagen. Denn wenn die einmal im Ruhestand sind und hohe Bezüge kriegen, ist es ihnen völlig egal, wenn die Plätze nicht mehr neu besetzt werden. Also wir müssen durch die Wohl, durch die Wohlfühlstimme, aber auf jeden Fall, egal was wir machen an Reformen, wie wir die Politiker lenken, weg von den Lobbyisten und wie wir den Lobbyismus beenden. Unsere Wohlfühlstimme beendet ja den Lobbyismus von einem Tag auf den anderen. Das wollen wir jetzt nicht ausführen, haben wir schon mal lange drüber gesprochen. Herr Dr. Bülker, Sie erinnern sich vielleicht. Aber entscheidend ist, das müssen unsere Freunde sein. Wir müssen mit denen lange Zeit koalieren, bevor wir 51 % kriegen oder allein regieren können. Und bis dahin, wenn wir uns da auch nur einmal einen zum Feind machen, dann sind wir schneller weg, als wir je gucken können. Dann behandeln die uns wie die AfD, wie Aussätzige, mit denen man nicht mehr redet. Und wenn das einmal zur Regel geworden ist, dann ist es aus mit wir 2020. Herr Gastmann, Sie haben ja gesagt, Koalitionen sind ja eigentlich gar nicht zulässig. Das heißt, insofern sehen Sie das mit Sicherheit ja hier völlig konträr zu Herrn Dillen. Konträrer könnte es nicht sein, muss man so auszudrücken. Also, ich bin, wie gesagt, einfaches Mitglied. Ich bin kein Vorstand. Ich bin auch nicht die ganze Partei. Ich kann nur für mich sprechen. Ich kann für das, für Economy of America kann ich sprechen, weil wir uns da alle einig sind. Es gibt ein Video, bei dem wir, das ist fertig, da geht es darum, die Politik zur Rechenschaft zu ziehen. So eine Analogie zu den Nürnberger Prozessen, für das, was die hier gerade alles veranstalten. Und da gibt es im Moment niemanden, der bereit ist, sich da ins Feuer zu stellen, zu sagen, ich präsentiere das mal. Also es ist ein ganzes Team von Leuten, die daran gearbeitet hat. Ich präsentiere das auch nicht, denn dann kriege ich hier die Antifa, die, ich glaube, die bringen den um oder was, die attackieren den, die werden den beruflich vernichten. Nein, wir gehen, also mein Vorschlag ist, ich kann nur Vorschläge machen, mein Vorschlag ist volle Attacke. Wir greifen an. Ja, also die Parlamentare jetzt im Bundestag, die was zu sagen haben, die wollen wir alle abschießen. Wir wollen sie gerne rausschmeißen. Wir wollen diesen ganzen Betrieb, also ich habe da, ich habe da mal ein Video gemacht, weil ich kann nur mir von Mankern, das ist, glaube ich, das letzte, das online ist, auf dem YouTube-Kanal. Das nennen wir den Todesstern zerstören. Wir wollen nah genug rankommen. Ich weiß nicht, ob Sie Star Wars den ältesten Film kennen. Da gab es so einen kleinen Flieger, der hat es dann geschafft, nah genug ranzukommen, eine kleine Bombe reinzuschmeißen, an genau den richtigen Schacht, um an den Kern ranzukommen. Und diese Bombe sind die Bürgerparlamente. Wir wollen die CDU komplett zerstören, die Union komplett zerstören, die SPD, die Grünen. Ich verabscheue diese Parteien alle zutiefst. Und es gibt viele Menschen, die hassen diese Leute, die hängen ihn zum Hals raus. Und dann zu sagen, wir müssen denen auch noch Geld dafür geben, als Entschädigung, danke für gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Also das wäre mit mir nicht zu machen. Aber ich kann nicht für die Partei sprechen. Ich spreche jetzt hier als Privatperson und als Sprecher von Economy for Mankind und als jemand, der viele Leute bei Wir 2020 gesprochen hat, die das ganz genauso sehen. Wir hatten beim Orga-Team NRW, da hatten wir nämlich auch genau diese Debatte und da waren wir uns alle einig. Da sind da einige, die sagen, ja, wollen wir nicht die Zwischenstufe machen? Könnte man machen, indem man zum Beispiel die Parteizugierigkeit verliert, wenn man ein Parlament einzieht. Dann gibt es also keine Fraktion mehr, keine Koalition, dann gibt es auch keine Opposition. Dann habe ich freie Angestellte, die fast gesagt sind ja Angestellte eigentlich, dann habe ich freie Abgeordnete. Also wenn man mal Parteientmachtung googelt, einfach mal Parteientmachtung, da findet man auf Telepolis ein Interview mit mir, das ist schon von 2011 und da ist das Ganze mal erklärt. Oder wenn man mal bei Economy for Men Kanzler Demokratie reingeht, Parteientmachtung, da findet man das alles erklärt. Das wäre jetzt ein bisschen zu umfangreich. Aber nein, also da müssen wir keine Rücksicht nehmen und bitte nehmen wir mal Abstand davon, hier irgendwelche Manager reinzuholen. Wir wollen eine repräsentative Energie, wo die Putzfrau, der Arbeitslose, der Rentner, die Jungen, die Alten, die Frauen, die Männer, alle drin sind und nicht irgendwelche Manager. Das finde ich verheerend. Ich könnte nicht mehr dagegen sein, bei aller Höflichkeit. Ich denke, hier können wir noch einmal eine Replik von Herrn Dillen uns mal anhören. Also zu den Repräsentanten. Das Problem ist, diese Bürgerparlamente wären viel besser als das jetzige System, würden aber auf den riesigen Widerstand von CDU und Grüne treffen. Die würden mit Klauen und Zähnen dagegen kämpfen. Und dieses Kämpferische ist uns als bodenständige Linke viel zu radikal. Das klingt für mich zu sehr nach Revolution. Auch sein neues, Herr Gastmann, Ihr neuestes Video haben Sie ja genannt, Revolution des Arbeitsmarktes oder so ähnlich. Das ist uns viel zu radikal und zu viel zu hart und zu offensiv und Todesstern und Krieg. Also das ist, wir müssen diese Menschen lieben. Nur mit dem Lieben können wir es schaffen. Und das Problem ist, dass Bürgerparlamente führen zu durchschnittlich guten Entscheidungen, weil sich diese Bürger nie diese professionelle Energie widmen werden wie ein Gelernter, der wirklich sein ganzes Leben sich mit dem Thema Staatsmanagement zum Beispiel auseinandersetzt und dann den Kanzler herausfordert und so weiter. Das sind Leute, das ist zwischen der professionellen Grundmaterialität und dem Amateur des Bürgers. Und diese Gründlichkeit, mit der die unterschiedlichen Instanzen externe Reformer prüfen werden, ist einfach unterschiedlich. Und ich erwarte mit den Vorwahlensystemen oder mit der Wohlfühlstimme erwarte ich ungefähr fünffach bessere Regierungsergebnisse für die Steigerung des Wohlbefindens und der Gesundheit und der Langlebigkeit und des Wirtschaftswunders der Bevölkerung als mit den Bürgerparlamenten, die schon gute Arbeit machen würden. Aber mir würde diese Qualität nicht ausreichen. Ich will die beste. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Nach wie vor, ich muss zurückkommen zur Grundfrage von Herrn Gastmann, an Herrn Gastmann, woher kommt das Geld? Woher das Geld? Ja, denn er, aus meiner Sicht, will er die Schere zwischen Arm und Reich schon im ersten Schritt schließen. Die kann aber erst im fünften Schritt geschlossen werden aus unserer evolutionsbiologischen Analyse heraus. Ja, denn woher kommt das Geld? Wenn die Pflegekraft, Sie sagten, Herr Gastmann, wahrscheinlich mehr als zweimal so viel bekommt wie vorher. Ja, und das soll ja echtes Geld sein. Das soll ja kein Spielgeld sein. Und das soll ja auch nicht entwertet sein. Woher kommt dieses Geld? Ich kann es nur von den Reichen wegnehmen, von den Investoren, den Arbeitsplatzschaffenden. Und ob die sich das gefallen lassen oder ob die in Scharen Deutschland verlassen und dann nur noch eine Wüste an minderwertigen Arbeitsplätzen mit niederen Gehältern übrig bleibt und Deutschland zu einem der armen Länder dieser Welt wird, das vermute ich, also dass genau das kommen wird, weil diese starke Umverteilung würde noch nicht mal die Partei Die Linke zum Thema machen. Das wäre ihnen viel zu brutal. Ja, Herr Gastmann, Sie wollten ja gerade nicht Deutschland arm werden lassen, sondern ja wohlhabend werden, wohlhabend machen. Was antworten Sie, Herr Dillen? Richtig ist das exakte Gegenteil. Deutschland wird das reichste Land der Welt mit den reichsten Bürgern der Welt. Woher kommt das Geld? Also ich muss noch mal daran erinnern, Sie haben ein riesen Informationsdefizit. Es wäre wirklich nett, wenn Sie zur Vorbereitung solcher Gespräche einfach mal die Webseiten lesen würden. Da sind die ganzen Quellen drin. Woher kommen diese 7,5 oder 7,6 Billionen Euro Inlandsumsatz? Das ist statistisches Bundesamt. Das ist die Summe aller Steuererklärungen. Ich bin doch selber Kleinunternehmer. Ich gebe immer meine Quartalsumsatzsteuererklärungen ab und da gebe ich keinen Cent an, den ich nicht tatsächlich eingenommen habe. Da müsste ich ja Steuern und etwas zahlen, was ich nicht eingenommen habe. Wäre ja blöde. Das sind echte, harte Fakten. So und wenn Sie die mit 15 Prozent besteuern, dann haben Sie das Geld und das ist der Worst Case. Und dann müssen Sie das Video von gestern, die Nummer 5, müssen Sie dazu zählen. Das heißt, eine viel, viel höhere Kaufkraft und da kommen wir auf ein Mehrfaches. Da kommen wir auf ein Mehrfaches an Staatsanstalter. Da kommen wir auf riesige Geldsummen. Also wie man diese Frage stellen kann, ist mir unklar, wenn man die Webseite gelesen hat und die beiden Videos gesehen hat. Bei allem Respekt. Und im Bundestag sehe ich überhaupt keine Kompetenz. Ich habe drei Bundestagsabgeordnete persönlich kennengelernt. Darunter zum Beispiel auch die aktuelle finanzpolitische Sprecherin der CDU. Die war super stolz auf die Schuldenbremse. Das ist ein Schildbürgerstreich. Wir haben nicht genug Geld, dann gebe ich einfach die Devise raus und dann geben wir es einfach nicht aus. Dann lassen wir die Infrastruktur verfallen, dann privatisieren wir, dann verfrühstücken wir unsere Zukunft. Also wir waren schockiert. Wir waren zu dritt mit ihr im Restaurant des Bundestages und sie war dann ganz stolz auf die Schuldenbremse. Ich habe den Dr. Dr. Carsten Linnemann mal getroffen, um auch zu dritt in seinem Wahlkreisbüro in Paderborn. Und er hat gesagt, ja, ich kann das alles nicht beurteilen. Fragen Sie mal die Wirtschaftsweisen. Ja, machen wir gerne. Können Sie den Kontakt erstellen? Nee, an die komme ich auch nicht ran. Das ist schon ein paar Jahre her. Selbst er hat sich nicht getraut, das irgendwie zu kritisieren. Also ich weiß nicht, wie Sie zu Ihren Urteilen kommen. Bitte beschäftigen Sie sich wirklich mal mit der Webseite. Da steht alles drin. Ist alles vorgerechnet. Bis ins Detail. Ja, auch wenn es schwerfällt, einfach erst mal lesen, bevor man sich eine Meinung bildet. Aber noch mal zum Bundestag, zu den Berufspolitikern. Also woher Sie so ein positives Bild haben von den hochkompetenten Politikern, ist mir vollkommen unklar. Nehmen wir mal die Euro-Rettungsschirme damals. Da gab es, glaube ich, Panorama, Monitor und so weiter, sind da mal hingegangen. Ja, worüber haben Sie denn hier abgestimmt? Ja, wissen wir auch nicht. Das sind einfach nur Abnicker. Da können Sie auch 600 Hühner reinsetzen, die einfach mal Gack kann, wenn der Fraktionschef irgendwas von denen will. Also bei Kompetenz kommen Sie mir nicht mit Bundestagsabgeordneten. Die habe ich da nirgends erkennen können. Es mag ein paar Ausnahmen geben, aber das sind konsequenterweise immer die Hinterbänker. Also in der Bundesregierung, bei den Ministern würde ich jeden, jeden und auch die von der Leyen als hochgradig inkompetent betrachten. Ich spreche jetzt als Privatperson. Also da sehe ich nicht, wie Sie da ein Vertrauen haben in irgendwelche Kompetenz. Ja, also ich habe überhaupt kein Vertrauen in die Kompetenz der Politiker, aber wenn wir Ihnen die einfach so absprechen und Ihnen gar nicht die Möglichkeit geben, dass Sie dann durch eine Wohlfühlstimme zum Beispiel diszipliniert, sozusagen den ganzen Tag, anstatt sich mit der High Society zu vergnügen, in Zukunft sich nur noch um das Wohlergehen der Bürger kümmern, dann würde ich sagen, das könnte eine Notlösung sein, es so ablaufen zu lassen. Denn auch dieses Austauschen wollen, das schafft so große Feindschaft. Das Entscheidende ist aber, es nützt Ihnen nichts, nützt nichts, Herr Gastmann, wenn Sie mich auf Ihre Rechnungen verweisen. Ich halte diese Rechnungen für alle für falsch, für volkswirtschaftlich grundfalsch. Ich habe sie so weit gelesen, bis ich gemerkt habe, dass sie alle falsch sind. Konkret, werden Sie bitte konkret. Deswegen, was sage ich ja jetzt? Die Idee ist ja, das Geld kommt ja zunächst einmal aus den Investitionskapitalen der Unternehmer und der Reichen und der gut verdienenden Leute. Irgendwoher müssen ja diese 15% Steuer gezahlt werden, die sogenannte Umsatzsteuer, die muss ja gezahlt werden und dann haben die Leute viel Geld in der Hand. Sie haben mindestens doppelt so viel in der Hand wie vorher. Dann konsumieren Sie, aber Sie vergeuden durch den Konsum ja quasi dieses Geld, indem Sie es schön konsumieren. Der eine kauft sich noch einen dritten Bildschirm, der andere kauft noch das und der andere kauft noch das und so weiter. Und jetzt steckt da die Illusion darinter, dass dadurch wir reicher würden, weil dieses Geld ja natürlich an die Unternehmen zurückfließt. Aber die Unternehmen haben ja auch riesige Kosten dafür aufgewendet, die Produkte herzustellen, die jetzt durch einen Überkonsum, regelrecht einen Konsumrausch in der Bevölkerung verprasst werden, sozusagen ganz zu schweigen von dem Ressourcenverbrauch und dem Energieverbrauch und all diesen Dingen. Und die Rechnung, dass durch diesen Konsum das Geld ja wieder zurück zu den Unternehmern kommt und sie dadurch reicher würden, ist eine Illusion. Denn die Unternehmer müssen ja für die Herstellung dieser Konsumprodukte wahnsinnige Gelder aufwenden. Und in der Summe werden die Unternehmer in der Summe ärmer, weil nämlich die Bürger jetzt ganz viel verbrauchen und konsumieren und ganz viel wegnehmen. Und am Ende bleibt der Unternehmer als der Ärmere zurück. Und da er das vorher schon weiß, wird er, sobald die Partei VIR 20 mit solch einem Konzept auch nur geringste Erfolgsaussichten hat, wird er das Land verpassen, verlassen und wird sozusagen die Maschinen für ein paar Millionen Euro nach China oder nach USA, wo man sie mit Kusshand nehmen wird, die besten Unternehmer Deutschlands nehmen wird mit Kusshand, werden die dorthin abwandern. Und dann werden die auch nie wieder zurückkommen, weil das kostet ja dann wieder Millionen, nach Deutschland zurückzukommen. Und das werden die nur einmal tun, dann sind sie weg. Ja, also ich würde sagen, Herr Gastmann, jetzt antworten Sie noch mal bitte und erklären Herrn Dillen, wie es aus Ihrer Sicht richtig ist. Und dann sollten wir mal zum nächsten Thema übergehen. Also ich fasse mal zusammen. Also ich finde das ganz schrecklich, wenn Unternehmen unglaublich viel Umsatz machen, das ist alles steuerfrei, dann verarmen die. Aha, okay, gut. Ich lasse das einfach mal so stehen. Also kann sich jeder was dabei denken. Das Geld zirkuliert. Ja, es wird also nicht den Reichen weggenommen. Es hat nichts mit Investitionen zu tun, sondern es wird nur Umsatz besteuert. Da ist nichts schwer dran zu verstehen. Nur Umsatz. Ob also ein Unternehmen an ein anderes Unternehmen oder einen Konsumenten verkauft, der Umsatz wird besteuert. Alles andere nicht. Ja, die ganze Preiskalkulation ändert sich. Ich habe keine Lohnnebenkosten mehr. Ich habe einen Traum für Unternehmer. Also da haben Sie vielleicht die Website noch nicht gesehen, die heißt economyformankind.org slash Unternehmer. Da haben wir 15 Punkte, warum das das beste System ist für Unternehmer. Die haben Sie alle offenbar nicht gelesen. Das tut mir sehr leid. Ja, also wie Sie jetzt zu diesen Schlussfolgerungen kommen, ich weiß nicht, worüber Sie hier sprechen. Also nicht über unser System. Und wenn also Unternehmen nach China gehen wollen, die Chinesen lachen sich tot. Ja, das ist ein gesättigter Markt. Ja, die haben genug Unternehmen. Die brauchen jetzt nicht noch Deutsche, die noch mehr dahin verlagern. Alles, was die haben wollen, ist Know-how-Transfer. Ja, also ich weiß, also darauf kann man gar nichts Sinnvolles antworten. Da müssen Sie einfach mal, da müssen Sie einfach mal, ja, Sie müssen einfach mal die Gesetzentwürfe lesen, das mal durchdenken. Sie können nicht sagen, die Rechnungen stimmen nicht, wenn sie nicht konkret werden. Ich bin gerne bereit zu sagen, oder dann werden Sie mal konkret zu sagen, an der Stelle, da genau, diese Zahl, die stimmt nicht, weil. So, und jedes Mal, wenn irgendeiner kommt und solche Behauptungen sagt, dann sage ich ihm, soll man begründen das mal. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin super daran interessiert, dass jemand eine Schwachstelle findet, damit ich sie ausmerzen kann. Aber ich höre nichts Konkretes. Also werden Sie mal ganz konkret, sagen Sie mir ganz genau die Stelle, wo irgendwas nicht stimmt und dann beweise ich Ihnen das Gegenteil. Ja. Die Idee, dass wir reicher werden, indem wir vergeuden, das ist eine Idee, die kenne ich nur aus dem Kontext von Keynes, der auch bezeichnet wird als der, ja, der Alchemist unter den Volkswirtschaftslehrern, also der Illusionist unter den Volkswirtschaftslehrern. Wir werden nicht reicher. Gucken Sie doch mal ganz nüchtern an. Welcher Haushalt wird jemals reicher und wird ein Unternehmen aufmachen können und wird Arbeitsplätze schaffen können, indem er ganz viel konsumiert. Das schließt sich aus. Und wenn Deutschland in einen hohen Konsum reinkommt, weil die Leute alle wahnsinnig viel Geld in der Hand haben, dann fließt das Geld natürlich an irgendjemanden zurück. Irgendjemanden zahlen Sie das. Aber man wird eben nicht reicher durch, sondern jeder einzelne Haushalt, der Staat verhält sich wie der einzelne Haushalt und das ist ein Gesetz. Ja. Wenn ich viel ausgebe und konsumiere und verprasse und mir noch eine Torte kaufe und noch mal das kaufe, dann werde ich nicht reicher, sondern ich werde ärmer. Und ich kann dann auch keine Arbeitsplätze mehr schaffen, denn das Geld, was ich für die Torte ausgegeben habe, das hätte ich ja beim Friseursalon der neuen Friseurin zahlen müssen. Aber das Geld ist weg. Und deswegen ist die ganze Rechnerei falsch, sondern steht vor dem Traum, dass sie einfach an irgendeiner Stelle, die aber so versteckt ist, und ich unterstelle Ihnen ja beste Absichten, also ich sage ganz klar, Herr Gastmann, Sie wollen eine ideale Gesellschaft wie wir auch, aber das Problem ist, dass Sie vergessen, dass irgendwo was verloren geht beim Konsumieren, nämlich ganz viel, das Entscheidende verloren geht. Also jeder Haushalt, jeder noch so kleine Haushalt, geht kaputt, wenn er seine Investitionsgelder für eine Torte ausgibt und für den Konsum ausgibt, dann kann er die Friseurin nicht mehr bezahlen. Punkt. Dann gibt es keine neuen Arbeitsplätze und genauso geht es den Unternehmen auch. Und jetzt haben Sie gefragt, Herr Lohse, die letzten 50 Sekunden davon, wie wir das Problem denn lösen wollen. Natürlich dadurch, dass bei uns jedes Unternehmen dann Verdienstzuschüsse bekommt, im Zweifelsfalle vom Staats wegen, wenn das Wohlfühlen mit den entsprechenden Messgrößen, Wohlfühlen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten zugleich durch dieses Unternehmen und in seinem Umfeld, aber auch in ganz Deutschland, gefördert werden. Dadurch hat jedes Unternehmen einen positiven Anreiz, dieses ganze Schädliche gegen die Bürger handeln und gegen die Umwelt handeln, zu stoppen. Und jedes Unternehmen wird zum Umweltschützer, weil es immer im Blick hat, ich verdiene und überleben kann ich nur noch, wenn ich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wirtschaftswunder aller fördere. Das geht. Ja, wunderbar. Dankeschön. Ja, also jetzt haben wir ja gesehen, wie die beiden Fachleute doch ein bisschen gegeneinander gelaufen sind. Da haben wir doch verschiedene Perspektiven, was denn nun, wie die Wirklichkeit zu sehen ist und was denn der richtige Weg ist. Ja, da würde ich doch gerne mal die beiden, ja, ich sag mal Parteiprofis mal fragen, wie hat das jetzt auf Sie gewirkt? Herr Dr. Wöger, Sie schmunzeln so. Ja, also es war sehr interessant, den beiden Standpunkten zuzuhören. Ich will mal so ein paar Gedanken teilen, die ich dazu hatte und komme noch mal mit Horst Seehofer, der als Gesundheitsminister sagte, sinnbildlich, diejenigen, die nicht gewählt wurden, entscheiden und diejenigen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden. Wenn ich das jetzt mal als wahr annehme, dann müsste ich mich doch fragen, ob ich, wenn ich die Politik zur Rechenschaft ziehen möchte, ob das der richtige Weg wäre oder ob ich da nicht eigentlich mehr die Wirtschaft in den Fokus nehmen müsste. Der zweite Punkt, den ich so hatte, also mich persönlich interessiert immer, ich möchte ja vorankommen in einer Sache, sprich Realpolitik betreiben und ich habe einfach Zweifel, dass einem das gelingt mit sehr, sehr, sag ich jetzt mal, radikalen Maßnahmen. Also ich werde vermutlich niemanden überzeugen, der auf einem Fahrrad im Park fährt und mit Maske dort unterwegs ist, dass die Sterblichkeit von Covid-19 äußerst gering ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass er den Virus jetzt fängt beim Fahrradfahren, dass das gegeben ist und deshalb glaube ich, dass das ein Prozess ist, der durchlaufen muss und ich bin sehr skeptisch, ob man jetzt, was die Bürgerparlamente angeht, ob sich das so durchsetzen lässt. Ich glaube da weniger dran. Und, wie gesagt, möglicherweise hat Herr Dillen dort nicht Unrecht, wo er sagt, man muss die Politiker abholen, auch wenn man sieht, was geschehen ist und gelaufen ist, man muss ja im Interesse aller zu Lösungen kommen und zu Verbesserungen kommen. Und da ist jetzt so, nach dem Zuhören, so mein impositives Gefühl, dass das eher der richtige Weg wäre, die dort abzuholen und zu schauen, wie können wir in andere Richtungen steuern und insgesamt die Situation einfach verbessern. Herr Dr. Wülker, abholen und besser bezahlen oder doch lieber Konfrontation und weg aus dem Fenster? Was ist Ihre Meinung? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich meine, die Frage ist, wenn ich mit Konfrontation direkt gegen angehe, komme ich dann überhaupt so weit, dass ich die Sachen, die ich durchsetzen möchte, überhaupt umsetzen kann. Weil dazu muss ich ja in irgendeiner Form eine Mehrheit gefunden haben, damit ich das machen kann. Wahrscheinlich wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen, dass man sozusagen vielleicht schon, also ob man am Ende dann mit Politprofis arbeiten wird oder mit geeigneten Personen, da bin ich jetzt noch nicht endgültig entschieden. Ich habe auch eine gewisse Vorhalte mit dem Ansatz der Bürgerparlamente. Ich meine, man hat ja in dem Geschworensystem in den USA, hat man ja im Prinzip auch, dass da die Geschworenen immer aus Bürgern zusammengesetzt werden. und das hat nicht notwendigerweise dazu geführt, dass die Entscheidungen, die je geführt wurden, sinnvoll waren. Man könnte höchstens die Hoffnung haben, so habe ich das zumindest verstanden, aus dem, was Herr Gastmann gesagt hat, dass dadurch, dass sich die Zusammensetzung jedes Mal ändert, bei den Personen, die da zu dem Thema abstimmen, dass man dadurch eben dann doch seine Repräsentativheit bekommt. Und ich sehe zwar auch das Problem, dass nicht notwendigerweise jemand, der für eine Abstimmung dann ausgewählt wird, sich dann auch mit dem Thema tief beschäftigen kann. Und es wäre die Frage, ob der nicht auch der Gefahr einer Beeinflussung unterliegen könnte. Und ja, das sind halt so ein bisschen die Punkte, die man miteinander abwägen muss. und ich denke, so eine Mischung daraus, dass man schon dazu, also ich meine, was weg muss, ist der Einfluss der Lobbyisten auf die Politiker oder auf diejenigen, die Entscheidungen treffen. Das muss weg, weil das ist das zentrale Problem in meinen Augen und das muss beseitigt werden. Und ich bin selber persönlich noch nicht ganz entschieden, was da der richtige Ansatz sein wird. Ich wollte nur kurz sagen, das sollten wir zum Schlussthema heute machen. Seehofer und Lobbyismus beenden, weil das brennt wirklich. Offensichtlich auch Ihnen auf der Seele. Machen wir das doch zum Schlussthema. Ja, also wenn darüber Einvernehmlichkeit besteht, können wir das gerne machen. Herr Gastmann? Ja, der Vergleich mit der US-Jury, der stimmt teilweise. Ein Unterschied ist, die Jury ist nicht freiwillig. Da sitzen also Leute, die werden aus dem Wählerverzeichnis genommen und dazu genötigt, das zu machen. Und wenn die sich noch so dagegen wehren, die werden dazu gezwungen. Das ist natürlich eine denkbar ungünstige Ausgangslage. Bei dem Bürgerparlament ist es so, es melden sich Freiwillige, auch sich Freiwillige dafür interessieren. Und die erhalten einen Monat lang bezahlten Sonderurlaub. Und die haben nichts anderes zu tun, als sich einen Monat lang mit einem einzigen Thema zu beschäftigen und sonst mit gar nichts. So, und jetzt nehmen wir mal das Thema Corona-Krise. Da würden die also einerseits hören, den Herrn Wodag und den Herrn Drosten. Früher sagt man Dr. Drosten, jetzt sagt man auch Herr Drosten. Dann hätten die aber auch den Herrn Bakhti und den, beziehungsweise den Professor Bakhti und den Dr. Wodag und Professor Hockerts und wie sie alle heißen. Die würden also beide Seiten hören, bevor da irgendwelche ersten Maßnahmen sind. Und wenn die beide Seiten hören, hätte es diese ganze Corona-Wahnsinnspolitik überhaupt nie gegeben. Dann hätten die von vornherein gesagt, aha, wir haben mal beide Seiten gehört. Das steht übrigens im Programm von Wir2020 so drin, eins zu eins. Wir hören uns beide Seiten an, bilden uns selbst eine Meinung. Wir haben einen Monat lang Zeit, darüber nachzudenken, zu recherchieren und auch andere Leute zu hören. Und wir sind völlig immun gegen Lobbyisten. Wenn ich Berufspolitiker habe, ist das Ding korrupt. Dann wissen die Berufspolitiker genau, wer hat was zu entscheiden, welcher Ausschuss oder welche Position ist dafür maßgeblich. Und dann gehen die an die ran. Und dann fließt da das richtig dicke Geld. Da fließen die Vorteile. Und die gehen nicht offiziell mit irgendwelchen Nebenjobs, sondern das sind dann eher die Briefumschläge. Und jetzt habe ich halt immer diese tausend unterschiedliche und beim nächsten Mal wieder tausend andere. Niemand weiß ja vorher, wer das ist. Und wenn die in der Entscheidungsfindung sind, ist das ja alles geheim. Wenn ich jetzt also ein Lobbyist bin, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Atomlobbyist, wen muss ich denn da schmieren? Ich weiß es nicht. Ich komme an die nicht ran. Und selbst wenn es mal umgekehrt wäre, einer sagt, hey, ich bin jetzt einer von den tausend hier. Was hast du denn hier für mich zu bieten? Dann stimme ich in deinem Sinne ab. Dann wäre das ein Promille der Stimmen. Und dann müssen also so viele da sich korrumpieren lassen und sich anbieten. Das ist ja völlig illusorisch. Und man muss bedenken, wir haben dann keine politische Klasse mehr. Wir haben dann auch kein Raumschiff Brüssel mehr. Wir haben also Menschen, die mit dem, was sie da beschließen, selber leben müssen. Die haben keine Käseglocken, in denen sie leben oder kein Versorgungswerk, dass sie sagen, ich kann jetzt hier die Renten kürzen, betrifft mich nicht. Ich habe ja meine Diäten und meine Absicherung. Ich kriege ja meine feste Alterssicherung von Abgeordneten. Nein, ich muss selber raus. Und ich möchte gerne sehen, dass die ganzen Minister heute, dass ein Jens Spahn und Co. und eine Frau von der Leyen, dass die mal richtig arbeiten müssen in der freien Wirtschaft, dass die sich mal durchsetzen müssen, wenn sie da eben nichts zu bieten haben, keine Seilschaften, keine Beziehung, sondern wenn die einfach nur ihre eigene Leistung mal am Markt durchsetzen müssen, ich glaube, dann sieht es ganz finster aus für diese Leute. Also da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, diese politische Klasse zu schützen. Und ich denke, mit Abteilung Attacke kriegen wir auch Aufmerksamkeit und unsere Partei, jede Partei lebt von Aufmerksamkeit. Wir müssen die sein, über die man spricht. Ja, gerade hat Herr Gastmann natürlich mit guter Absicht aber wieder den sogenannten evolutionsbiologischen Kardinalfehler gemacht. Er hat nicht die Evolution hin zum Bürgerparlament geschildert, sondern hat vorausgesetzt, das Bürgerparlament ist einfach mal eben da. Das wird aber nicht kommen, weil es ja nur durch das Rauskicken der bisherigen politischen Kaste einfach so kommen würde. Und dass das nicht geht, ist schon mal klar. Evolutionsbiologisch geht immer nur, das jetzige System zu nehmen, wie Daniel, darf ich Daniel sagen, was vorhin so gesagt hat, wir können nur von dem ausgehen, was wir haben. Und wir haben jetzt eine schlechte Situation und müssen sie jetzt gezielt verändern. Denn das Bürgerparlament ist einmal einfach so da, aber die wirkliche Lösung wäre, wir bieten bei den Koalitionsverhandlungen der CDU und der SPD und den einzelnen Politikern so etwas wie einen goldenen, nennt man das goldenen Handschlag an, also fürstliche Aufstockungen. Ja, wir müssen ja ersetzen. Ein Politiker rechnet damit, dass er wie Gerhard Schröder hinterher einen tollen Job, oder wie kennen Sie noch den Koch aus Hessen, Roland Koch, einen tollen Job hinterher bei Gazprom bekommt. Und der ist garantiert ganz hoch dotiert. Und wir müssen das den Politikern ausgleichen und müssen in dem Koalitionsvertrag so ganz eine sinnvolle Lösung finden, was wollen diese Politiker, sodass sie dann zustimmen, weil ihnen die Zukunft ja relativ egal ist, zustimmen, dass wir zum Beispiel eine Wohlfühlstimme einführen als neue Wahlstimme oder das Vorwarnsystem, stellen Sie sich noch mal das Vorwarnsystem vor. Da kommt immer, der Bundeswahlleiter stellt repräsentative Wählerstichproben in ihrem Bürgerhaus zusammen. Sie sprechen dort mit drei anderen Kandidaten, zweimal 15 Minuten, immer abwechselnd, und dann wählen die Bürger. Die repräsentative Wählerstichprobe wählt dann. Und dann, derjenige, der da gewählt ist, ist so hoch kompetent, vor dem zittert dann der Kanzler schon, die Kanzlerin schon. Weil der wird nach einem Jahr, der wird der Jahressieger in Deutschland, wird die Kanzlerin herausfordern können. Und wenn dann die Bürger, die repräsentative Wählerstichprobe sich für den Herausforderer entscheidet, gibt es sofort Neuwahlen. Und dann, so weiß jeder Politiker, jede Sekunde, die ich noch mit einem Lobbyisten verbringe, die ist verschwendete Zeit. Denn mir sitzt im Nacken, sitzen die ganzen bürgerfreundlichen Nachrücker und Kanzlerkandidaten im Nacken. Und die wollen meinen Posten und wollen Deutschland anders regieren. Wenn ich mich nicht um die Bürger kümmere, bin ich weg. Das war jetzt das Bürgerparlament. Nachher kommt die Wohlfühlstimme. Dann hätten wir einen parlamentvoller Gebrauchtwagenverkäufer. Gerhard Schröder war zum Beispiel ein super Gebrauchtwagenverkäufer. Der stellt Ihnen eine rostige Karre hin, lackiert die drüber und erzählt Ihnen in blühendsten Fantasieworten, was für ein tolles Auto das ist. Und leere Versprechungen kennen wir genug. Und ich will überhaupt keine Politiker mehr, die überhaupt auch nur an Wiederwahl denken und die sich fragen, wem muss ich einen Gefallen tun, um überhaupt mal in diese Position zu kommen, gewählt zu werden. Wessen Hintern muss ich küssen, um dann noch Unterstützung zu kriegen. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich zum Beispiel gegen Direktkandidaten bin. Wir hatten ja letztens eine Einladung zu einer Initiative von Lothar Hirneise und da ging es dann um Direktkandidaten. Wir brauchen also unbedingt Direktkandidaten. Das finde ich eine unfassbar naive Idee, Direktkandidaten. Dann schaut man sich mal an, wer wird denn gewählt? Wer wird denn in Bayern gewählt? Jemand, der CDU daneben stehen hat. Da kann auch ein totes Huhn, sage ich, ein totes Huhn kann auf dem Wahlplakat stehen, wenn der CSU daneben steht, dann wird das gewählt. Wenn Sie in Westfalen irgendwie einen Hugo Huckedus da hinstellen und da steht CDU daneben, dann wird er gewählt. Völlig egal, wer das ist. Wenn wir jetzt nur noch Direktkandidaten haben, also es ist anders, als die Parteipräferenz hier drin ist, dann gucken wir uns doch einfach mal die Fakten an. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Artikel geschrieben, da geht es dann um das Märchen vom Direktkandidaten als Volksvertreter. Dann habe ich mal recherchiert, die letzten 50 Jahre, mittlerweile die letzten 60 Jahre, ab 1961, wie viele Parteilose und wie viele Vertreter von kleinen Parteien haben es geschafft, als Direktkandidaten auch nur ein einziges Mandat zu kriegen. Keiner, nicht ein einziger. Die sind alle von den großen Parteien. Fast alle sind von Union und von SPD. Die Grünen haben ganz, ganz wenige. Im Bundestag haben die nur einen einzigen Wahlkreis, Prenzlauer Berg, wo also deren Klientel ganz massiv wohnt, aber ansonsten nichts. Und was passiert dann? Das sieht man ja am US-Kongress, wie ist denn der zusammengesetzt? Der besteht fast nur aus Millionären, was in der Natur der Sache liegt. Für einen Wahlkampf brauchen sie vor allen Dingen ganz, ganz viel Geld. Wie komme ich an Geld? Entweder bringe ich das selber mit oder ich verkaufe mich an Lobbyisten, ich prostituiere mich hier als politische Prostituierte, um möglichst viel Geld zu kriegen, um einen Wahlkampf machen zu können. Also das wird ein Horror. Das ist überhaupt nicht repräsentativ. Da haben wir nur Befehlsempfänger, da haben wir Leute, die in Interessenkonflikten stecken. Da halte ich überhaupt nichts von. Also Direktmandate, bitte, bitte nicht. Und ich finde nichts repräsentativer als eine repräsentative Auswahl per Zufallsverfahren unter lauter motivierten Leuten, die eine gewisse Grundqualifikation haben. Und mir ist unklar, wie man die Politiker dermaßen verhätscheln kann. Wozu einen goldenen Handschlag? Also das sind viele Politiker, die haben dann eher das Gegenteil verdient. Die müssten eigentlich ins Gefängnis für die vielen Schäden, die sie angerichtet hätten. Und ich denke, damit rennen wir offene Türen ein bei Millionen, Millionen und Abermillionen von Wählern, gerade bei den Nichtwählern, die sagen mir stets bis hier, keinen von denen. Ich lehne die alle ab und die holen wir alle ab. Und unser Weg ist lang. Natürlich können wir nicht machen, Schnipp und das passiert. Das ist ein Prozess. Das wird mal mit der ersten Wahl sein, dann haben wir einen Stachel im Fleisch des Establishments und dann geht das weiter. Und dann werden wir von Wahl zu Wahl und werden uns nach oben arbeiten. Und sobald wir mal eine Mehrheit haben, selbst wenn es eine Minderheitsregierung ist, das ist ja auch eine Option. Sagen wir mal, wir haben 25 Prozent, damit könnten wir schon eine Minderheitsregierung machen. Und dann werden die anderen dagegen sein. Und werden dann immer gegen alles sein, was aus Sicht eines Bürgers sehr vernünftig ist. Und dann werden wir uns noch weiter nach oben arbeiten. Und irgendwann sind wir über 50 Prozent. Und dann ziehen wir Artikel 146 Grundgesetz. Und dann machen wir die Neuverfassung. Und dann machen wir nicht alles en bloc, sondern lassen wir die einzelnen Paragraphen, die einzelnen Artikel des Grundgesetzes einzeln abstimmen mit verschiedenen Optionen. Wer will was? Und dann haben wir wirklich eine vom Volk für das Volk beschlossene Verfassung. Erstmal, ich bin ja nicht grundsätzlich gegen Bürgerparlamente jetzt sozusagen, denn das ist im Prinzip zum Beispiel das Vorwahlensystem ist eine Art Bürgerparlament. Aber es geht mir nur noch um die Qualität der politischen Entscheidungen. Ja, denn das Bürgerparlament würde die externen Reformer prüfen, aber die Ausdauer, die ein Bürgerparlamentarier, der das nur zufällig gewählt worden ist, dessen Beruf es nicht ist und von dem nichts abhängt, der auch, der keine, von dem das keine Karrierebedeutung hat, nichts, ja, der wird sich die externen Experten dreimal anhören. Der wird sie sich fünfmal anhören. Er wird sie sich siebenmal anhören und dann ist er müde. Ja, dann sagt der Experte immer noch, Sie haben es immer noch nicht richtig verstanden, ich würde es Ihnen gern noch zum zehnten Mal erklären. Dann sagt der Bürger, nee, jetzt stimmen wir ab und dann ist es vom Tisch. Ja, und der Politiker, der Berufspolitiker, den wir ja leider nun mal im Moment haben in den Parlamenten und den wir so leicht da nicht rauskriegen und wenn wir von Verbrecher reden, kriegen wir die gar nicht raus, weil die Mehrzahl der Bevölkerung wird niemals eine Partei wählen, die ihre geliebten bisherigen Politiker, die sie gewählt haben, als Verbrecher bezeichnet. Das ist unwählbar. Das geht bei fünf Prozent, damit kriegt man vielleicht vier Prozent, aber nicht bei 60 Prozent oder 50 Prozent. Die lieben ihre Politiker. Das ist, da bin ich ja auch immer erstaunt, warum die die so lieben. Ich bin ja, verstehe es ja auch nicht, aber es ist so. Und der Punkt ist folgender. Mit der Wohlfühlstimme im Nacken wird jeder Ministerpräsident eines Bundeslandes, wir hatten das Beispiel Hamburg, Herr Dr. Wölker, Sie erinnern sich, wenn die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten in Hamburg nach in den Keller gehen, dann wird er sich die Experten, die externen Reformer nicht nur zehnmal anhören, der wird die sich dreißigmal anhören, weil er genau weiß, dass nicht nur seine eigene Karriere lebensmäßig davon abhängt, jetzt bloß keine Fehlentscheidung zu treffen, sondern der wird sich, der wird so lange diese Experten anhören, bis er sagt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es wirklich verstanden und jetzt kann ich es auch ein Stück nachvollziehen, also machen Sie das, ja, und dann kriegen wir qualitativ bessere Entscheidungen, einfach, weil der genau weiß, seine Karriere ist am Ende und die ganze Partei ist für Deutschland am Ende, weil kein Wähler wird eine Partei für ganz Deutschland oder in einem anderen Bundesland oder in einer Kommune noch einmal wählen, wenn diese Partei ein Bundesland kaputt gewirtschaftet hat oder in den Keller gewirtschaftet hat, dann wird man sofort sagen, offensichtlich hat die Partei keine Kompetenz zu regieren und dann wird in jedem anderen Bundesland, wird man sich gegen diese Partei entscheiden und dieser Druck führt zu etwas besseren Entscheidungen als jedes Bürgerparlament. Ja, also wir sehen, das ist ein sehr kontroverses Thema hier. Ich denke, wir werden das heute auch nicht abschließend behandeln können und ich würde hier jetzt nochmal die beiden Herren von der WIR 2020 mal um ihr Statement bitten und dann meine ich, wir haben ja doch ausführlich, ich sage mal, eine Stippvisite in die, ich sage mal, Partei oder in die Reformprogramme mal gemacht und das kann man sich Ja, wir haben dann einen guten Anfang gemacht für die erste Tour durch die Sender und die zweite Tour durch die Sender kann doch genauso spannend werden, aber ich bin jetzt auch total gespannt auf Dr. Wölker und Daniel, was die jetzt von diesem, ja, wirklich Argumente austauscht, das waren ja jetzt deutliche Argumente, was die davon halten, aber ich finde es doch einen tollen, spannenden Beginn dieser Tour durch die Sender, Ausgabe 1. Ja, das war der Grund, weshalb ich mich gemeldet hatte, also im Grunde genommen ist jetzt alles mehr oder weniger gesagt, ich kann nur alle einladen, schaut euch mal die Links an, durchdenkt es alle mal selber. Ich finde es sehr gut, das Format, das wir hier haben und ich finde auch, wie kontroverser die Diskussion ist, umso besser, weil dadurch, dass es sich auseinandersetzt und miteinander reibt, kann man auch vielleicht auch weitere Gedanken dabei entwickeln in der Gemeinschaft. Insofern, das Format finde ich sehr, sehr interessant. Es gibt immer noch Punkte, die ich noch weiter durchdenken muss, insofern bin ich auch ganz bei Herrn Gassmann, dass man sich Links auch noch genauer angucken muss und sich tiefer mit Themen auch beschäftigen muss, als wir das jetzt in einer Diskussion machen können. Aber ich habe jetzt schon einen sehr guten Eindruck gewonnen und werde da auch meine Meinung noch weiter bilden und sie versuchen, in den parteiinternen Bildungsprozess einfließen zu lassen. Vielen Dank. Herr Kallitsch? Ja, also für mich war es auch sehr, sehr spannend, die unterschiedlichen Positionen zu hören von beiden Seiten und wie gesagt, aus These und Antithese entsteht dann eine hoffentlich gute Synthese. Ich persönlich bin jetzt immer ein Freund sozusagen der Realpolitik und mir ging es immer darum, es ist nicht so wichtig, was ich mir wünsche. Wichtig ist, glaube ich, was man umsetzen kann im Sinne sozusagen einer Verbesserung und so blicke ich eigentlich immer auf die Dinge. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil es geht immer darum, dass man Dinge umsetzen kann und Dinge verbessern kann und da muss man sehr viel darüber nachstecken, wie das ging. Ja, vielen Dank, meine Herren. Ich denke, als eine Auftaktsendung für eine, wie Herr Dillen sagte, eine Deutschland-Tour, auch bei anderen Sendern ist das Format hier durchaus für das erste Mal ganz gut gelungen. Ich bedanke mich bei Ihnen, insbesondere bei den beiden Profis, dass Sie doch die Rededisziplinen sehr gut eingehalten haben. Das ist ja nun wahrlich nicht selbstverständlich und auch für die konstruktiven Beiträge von Herrn Wülker und von Herrn Kallitsch. Ja, und für die Zuschauer, die entsprechenden Links zu den jeweiligen Webseiten werden unten im Kommentarbereich dann dargestellt, so dass Video wird auf entsprechende kürzere Einheiten zusammengeschnitten, so dass es für Zuschauer auch besser wahrnehmbar ist. Ja, vielleicht wird daraus noch mehr werden. Ich wünsche auf jeden Fall allen Beteiligten, dass ihre Projekte weiter voran entwickelt werden und man sieht sich bestimmt noch ein zweites Mal. Ja, vielen Dank. Das hoffe ich auch sehr. Nur kurz der Hinweis bei uns auf der Homepage ein paar Zentimeter tiefer ist ein Link zu einem Live-Ticker. Da sammeln wir alle Informationen, die wir über den Wahlkampf dieser fünf Parteien finden können und wo jede Partei steht, welche Promis sie gewonnen hat, was passiert ist, jetzt die Bustour der Frauen, ja, die Frauen-Bustour und wir jetzt mit der Tour durch die Sender, Tour durch die Sender, das neue Format, nachdem ja jetzt Dr. Bodo Schiffmann seine, Corona-Info-Tour beendet hatte. Na, wunderbar. Da finden Sie alles. Wunderbar, dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Konzepte vorzustellen und frei vom Herzen zu diskutieren und ja. Ja, danke für die tolle Sendung. Danke für die tolle Sendung auf dem tollen Sender Uwe Lose, die Welt klar sehen oder sagen Sie es noch mal? Die Welt klar sehen, ja. Manch einer versteht nicht so ganz, was damit gemeint ist, aber man muss ja erst mal gucken, da muss man denken, da muss man handeln. Die Beobachtung steht vor aller Erkenntnis und die Erkenntnis vor allem bewussten Handeln. Und verkürzt heißt es eben die Welt klar sehen. Klar sehen, clever denken, frei handeln. Die Beobachtung steht und 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 die Beobachtung steht